Evil dies tonight, aber vorher kümmern wir uns noch um ein letztes Duell, wir blättern durch eine französische Illustrierte und wir begleiten einen berühmten Meisterdieb auf seinem ersten Abenteuer und wir begrüßen einen ganz reizenden Gast jetzt bei Kino Plus. Hallo und herzlich willkommen zurück nach einer Woche Abwesenheit und Urlaub und Pause und Krankheit, was weiß ich. Zu einer neuen Folge Kino Plus, bei der ich ganz herzlich, oder bei der Antje und ich ganz herzlich erstmals eine junge Dame begrüßen dürfen, die wir eigentlich schon länger auf dem Zettel hatten, mit der wir sogar schon mal Kontakt hatten, aber es dann irgendwie im Sande verlaufen ist. Aber jetzt ist sie endlich hier, sie ist Grimme-Preisträgerin, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, sie hat einen eigenen YouTube-Kanal, sie ist die deutsche Stimme der Raya-Prinzessin in Raya und der Letzte Drache und wir freuen uns ganz herzlich, dass sie da ist. Hallo Christina and Salamea. Ja, richtig, ja, fast, fast, aber du hast dich gerade doch gerettet, ja, hi. Und der Einfachheit halber nennen wir dich Chrissi. Genau, so sind nämlich alle. Chrissi, ja, uns geht's soweit gut, ich hoffe, dir geht's auch ebenfalls gut. Ja, abgesehen vom Wetter doch, mir geht's super eigentlich. Ja, Hamburger Wetter, ne? Ich wollte gerade sagen, Hamburg zeigt sich doch gerade von seiner besten Seite für dich. Ach so, wie eh und je, ja, genau. Du weißt doch, was der Hamburger im Sommer macht, oder? Draußen duschen, ich weiß es nicht. Er nimmt sich den Tag frei. Ja, du bist hier und das finden wir gut. Du hast schon eine Menge auf dem Kerbholz, also du hast unter anderem deinen eigenen YouTube-Kanal, Hello Chrissi, mit sechsstelliger Abonnentenzahl, ne? Das sind ja alles nur Zahlen. Ja, okay. Und da beschäftigst du dich neben den alltäglichen Dingen des Lebens auch halt auch sehr viel mit Filmen, weswegen wir unter anderem schon mal so über drei, vier Ecken Kontakt hatten. Das hat sich aber dann nicht nur als ein Projekt erwiesen, sondern du hast sogar dann eine eigene Webserie produziert namens Wishlist. Und das war der zweite Kontakt, denn wir haben hier mal über Wishlist gesprochen. Genau, war das dieses Studio? Das war auf jeden Fall in diesem Studio. Ah, ich dachte mir, ist das dieses Studio? Das kommt mir so bekannt vor. Ja, ich war schon mal hier mit meinen Kollegen, genau. Ja, und wo war das? Da habt ihr einen Preis bekommen. Und da hat dich Lutz van der Horst oder dein Kollegen hat Lutz van der Horst irgendwie so richtig zurechtweisen müssen und sagen müssen, ey, steh auf, du hast gewonnen. Weißt du das noch? Ah ja, das war der Deutsche Fernsehpreis. Das war der Deutsche Fernsehpreis. Das war so lustig, weil wir wussten wirklich gar nichts. Und ich wäre auch beinahe nicht hier kommen. Und unsere Redakteure von Radio Bremen haben uns dann total überredet. Doch, ihr müsst alle kommen. Chrissi, du musst auch kommen. Ich so, okay, komm, geh ich dann mal hin, ne? Und dann haben wir uns schon so gewundert, weil unsere Plätze, unser Tisch war relativ weit vorne. Und ich so, oh, voll die guten Plätze gekriegt hier, ne? Wir haben echt gar nichts gerafft bis zu dem Moment, wo offenbar die Scheinwerfer auf uns gerichtet wurden. Und ihr habt gewonnen, Mann. Und wir so, oh, das war echt surreal. Ja, ich hab irgendwie in Erinnerung, dass da auch unsere Jungs mit involviert waren. Oder irgendwie so, ich weiß nicht was. Ja, als wir zu den Interviews gegangen sind, da sind eure Jungs uns entgegengekommen mit ihren Preisen. Ja. Genau. Da haben nämlich Simon, Arno, Eddie, Nils, Budi haben nämlich dann auch einen Preis entgegengekommen. Genau, 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 genau. Das war die gleiche Veranstaltung. Ja, da war ich, ich war sowieso schon überfordert von dem Moment. Und dann kommen die Boys von Rocket Beans mir entgegen. Weil ich war, ich hab früher Giga Games, Giga TV geguckt. Und mein Bruder ist auch riesen Fan gewesen. Hat immer auch alles auf Videokassette noch aufgezeichnet da. Und ja, und ich hatte auch so angegeben, ich hab meinem Bruder gestern geschrieben, ich drehe mit Etienne heute. Er war wohl nichts. Aber deswegen war das dann noch besonders cool. So, ich kannte die. Cool, ja, geil. Ja, und dann auch noch den Grimmelpreis hinterher bekommen für Wishlist. Kann das sein? Ja, also so einen Preis gewinnt man ja nie alleine. Also es war wirklich so ein Team-Effort. Und deswegen war es ganz schön, dass die harte Arbeit dann so, ja, dementsprechend ausgezeichnet wurde oder anerkannt wurde, sozusagen. Jetzt würd ich mal sagen, du hast dich auf dem YouTube-Kanal mit Filmen beschäftigt, du bist jetzt beruflich Synchronsprecherin, also beschäftigst dich auch beruflich mit Filmen und hast deine eigene Serie produziert. Das muss ja eigentlich irgendwo dann doch gewisse Leidenschaft für das Thema Kino und Film. Voll, voll, schon immer. Also ich komm ja aus dem Dorf und irgendwie hatte ich immer das Gefühl, dass Filme mich mehr verstehen als die Leute um mich herum. Und gerade so Filme wie Garden State oder Fight Club, die haben mich schon sehr, sehr geprägt und mich immer dazu motiviert, so über den Tellerrand hinaus zu blicken. Und irgendwie hat mich das dann auch irgendwie inspiriert, dann aus der kleinen Stadt raus in die große Stadt und einfach mal mehr machen als dieses vorgefertigte 0815-Leben. Ich will jetzt niemandem zu nahe treten damit, aber irgendwie hatte ich immer das Gefühl, ich will irgendwie was anderes machen als alle andere Leute um mich herum. Und dazu haben mich Filme tatsächlich inspiriert. Und deswegen habe ich auch relativ schnell auf meinem YouTube-Kanal angefangen, nebenher über Filme zu quatschen, dann immer mehr, immer mehr und dann immer mehr in die Richtung ausprobiert und irgendwie alles Mögliche ausprobiert anscheinend. Und er hat zu diesen verschiedenen Projekten gekommen und dann jetzt vor allen Dingen jetzt fokussiere ich mich total auf Synchronsprechen, weil das ist so, ich habe viele Leidenschaften, aber so die Hauptleidenschaft gerade. Wann hast du gemerkt, dass du Synchronsprechen jetzt wirklich am, dass du darauf am meisten Bock hast? Das war voll der Zufall, also gerade wenn man so aus einer Kleinstadt kommt, da realisiert man auch gar nicht, dass so ein Synchronsprecher, dass es ein realistischer Job ist und ich habe eigentlich als Kind und Teenie die Anime-Serien, die nachts irgendwann auf Vox liefen, auf Videokassette noch aufgenommen und dann parallel dazu den Kassettenrekorder meiner Eltern geholt und dann diesen gelben Untertitel dann so eingesprochen und alles aufgenommen und dann zurückgespult und gleichzeitig abgespielt und ich habe quasi damals schon meine Anime-Serien selber synchronisiert, nur so zum Spaß. Und auch Freunde von mir jetzt, wo ich in Berlin bin, meinten auch zu mir, es ist so lustig, dass du jetzt Synchronsprecherin bist, weil wir haben uns früher immer gefragt, warum du bei den Werbungen immer auf Stumm geschaltet hast und die nachgesprochen hast. Und genau, ich habe aber nie wirklich das wirklich als realistisches Arbeitsziel verfolgt und dann, ich hatte jetzt durchs Filmbloggen dann öfter mal was mit Disney zu tun und dann durfte ich in Disney's Baymax vier Takes sprechen. Rohhofer-Bohr. Das war ein glücklicher Zufall und abgesehen davon, dass der Groschen dann sowas von gefallen ist, dass ich dann dachte, ja, das ist es, das mache ich auf jeden Fall, komme was wolle, hatte ich auch das Glück, dass es bei dem renommierten Synchronregisseur Axel Malzacher war und der hat mich damals entdeckt und dann immer wieder zu Castings eingeladen und irgendwann hat es dann geklappt mit dem Raya-Casting und ja, das war krass. Ist schon eine fette Rolle, beziehungsweise, wen hast du, Kelly-Marie Trenn war das im Original, also schon, also würde ich sagen, von Rohhofer-Bohu oder Baymax oder dem Auftritt darin, dahin ist schon echt ein guter Sprung. Ja, dazwischen gab es noch ganz viele Zwischensprünge und auch Sprünge weg, weil, also ich hatte dann natürlich zwischenzeitlich auch andere Sachen synchronisiert, aber dann auch durch ja, verschiedene Schauspielerfahrungen habe ich dann die Jungs kennengelernt, Marc und Marcel, mit denen ich dann Wishlist gemacht habe, weil ich auch hobbymäßig früher gern geschrieben habe und Mangas gezeichnet habe und Geschichten erfunden habe. Dann hatte ich irgendwann mal so eine Idee für ein Kurzfilmprojekt, das haben wir umgesetzt und weil die Arbeit so gut lief, hat der Marc mich dann gefragt, als die dann die Anfrage gekriegt haben, von Funk, für ein fiktionales Format, ob ich auch Ideen hätte, für eine Mystery-Serie und ja, dann hat man die Köpfe zusammengesteckt und so ist Wishlist entstanden. Und dann war ich halt zweieinhalb Jahre raus aus dem Synchron-Business, weil Filmemacher kennen das, wenn man sich dem Filmemachen widmet, hat man keine Zeit mehr für irgendwas anderes. Und deswegen, ja, habe ich da den Weg zur Synchronsprecherin ein bisschen verloren, aber so vor zwei Jahren habe ich dann wieder quasi bei null angefangen und habe dann meine Synchronsprecher-Ausbildung nachgeholt und, und, und. Und dann kam es zur Reihe, genau. Ja, ich weiß nicht, hast du mal zufällig bei ihr auf diese Synchronsprecher-Kartei diese Sound-Schnipsel gehört, reingehört? Nein, Sound-Schnipsel nicht gehört, aber ich weiß noch. Oh, die sind all, die sind all. Aber ich weiß noch, als wir damals, wir haben uns ja kennengelernt bei einem Dreh für Amazon, weißt du eigentlich je, was daraus geworden ist? Ich weiß schon ein bisschen, aber ich weiß nicht, ob ich das sagen darf. Okay, gut, dann musst du es mir unbedingt erzählen, wenn die Kamera aus ist. Nee, daraufhin habe ich tatsächlich im Vorfeld geguckt, was du alles gemacht hast, einfach, weil ich wissen will, mit wem ich es zu tun habe. Und ich habe aber die Schnipsel mir nicht angehört, aber war auch sehr angetan von dem, was da alles, was da alles stand. Weil die Schnipsel, muss ich sagen, ich habe da halt einfach mal draufgeklickt und habe dann halt durchgelesen so. Und dann hörst du ja einfach nur ein bisschen mit dem Kopf so ein bisschen woanders. Und ich fand, du bist so eine Erweiterung der, der deutschen bisherigen Synchronschimme von Drew Barrymore. Also wenn ich, ich weiß, du kennst, also Drew Barrymore hat eine, sag ich mal, markante Sprecherin, beziehungsweise typische Sprecherin, die sich halt immer wieder spricht. Und ich finde, du klingst so ein bisschen wie die jüngere Version davon. Ach, wie geil ist das denn? Dankeschön. Also, jetzt, nur mal, du hast halt wirklich, das ist mir halt, ähm, da habe ich gedacht, ach, guck mal, du hast, glaube ich, so ein Hörbuch eingesprochen oder irgendwas und hast dann halt so wie dieses, wie so früher halt gerne, ja, amerikanische Stimmen irgendwie, auch so mit so ein bisschen ... Spannend, ach so, das ist da auf der Seite. Ja, aber das klang halt so wirklich wie so jemand, der bewusst amerikanisch klingen will, aber halt auf deutsch. Ach, crazy. Und das fand ich eigentlich, also das fand ich überraschend so, weil ich habe ja Raya gehört und das kam für mich nicht so, ähm, direkt in den Sinn, sondern ich musste echt an diese Stimme von Drew Barrymore denken, die für mich dann deutlich ähnlicher dazu klang. Das ist ein Kompliment, würde ich sagen. Ja. Das ist, glaube ich, von meinem Hörbuch-Podcast, die Vorleserin, so ein Hörbuch-Podcast. Das kann gut sein, das kann gut sein. Genau, wahrscheinlich, ja. So, und was hast du als letztes gesehen, was heute nicht Thema in der Sendung ist? Äh, ich war auf dem Fantasy-Filmfest in Berlin und habe mir den Startfilm angeguckt, Gunpowder-Milkshake, auf den ich richtig Bock hatte, weil ich den Trailer echt cool fand. Ja, okay, dann würden wir mal gleich drüber reden. Und davor? Oh, davor, äh, ich bin ja nicht mehr so ganz, ach, ich weiß nicht, ob es Halloween Kills war oder, ähm, Venom, der BK nicht. Reden wir auch gleich drüber. Dann, Antje. Ja. Wir kommen dazu, wir kommen dazu. Diese Scheibe, das macht's alles so dramatisch so. Ich habe, abgesehen von den Sachen, für die wir heute noch da Platz freigeräumt haben, drei Sachen gesehen in unterschiedlichster qualitativer Bandbreite. Fangen wir ganz unten an, ich habe Cats geguckt. Nochmal. Nochmal? Ja, weil, ähm, mein Freund und ich zu Hause saßen und wir hatten zuletzt das Diana-Musical geguckt. Es gibt jetzt ein Diana-Musical über die ehemalige Prinzessin Diana und das ist nicht gut. Und dann hatten wir überlegt, es ist aber gleichermaßen irgendwie kurzweilig genug, als dass man sagen kann, es ist nicht langweilig. Und das finde ich dann halbwegs noch unterhaltsam, aber man kann halt in sehr kurzweiliger Art und Weise sich die ganze Zeit vor Augen führen, wer zum Teufel hat das nur abgesegnet. Also wer wirklich mal wieder was sehr, sehr Schlechtes gucken will, was aber nicht als schlecht gedacht war, soll sich bitte das Diana-Musical anschauen. Das ist unterhaltsam. Es ist eben, das ist ja. Ah, okay, das ist nicht Bock. Und, ähm. Ja, aber auf Cats trifft es doch auch zu. Nee, eben nicht. Cats ist ja unfassbar langweilig. Ja gut, das kommt noch hin zu. Das ist ja bei Cats leider das Problem. Das haben wir halt dann auch so nach zehn Minuten gemerkt und dachten, das ist kein adäquater Diana-Ersatz. Dass sie es gemieden haben. Wir haben es dann trotzdem fast bis zu Ende geguckt. Aber ich hab's auch bei Letterboxd nochmal nach unten korrigiert, weil das ist ja wohl so unfassbar langweilig. Das ist ja, das Problem ist ja, sie haben sich ja an den Songs und an der Geschichte, in Anführungsstrichen, das ist originalsorientiert. Und selbst wenn das gut gemacht wäre, wie langweilig ist Cats eigentlich? Also ich mein, das ist halt einfach ein Casting-Wettbewerb. Ja, eben. Und die ganze Geschichte handelt davon, dass verschiedene Casting-Teilnehmer vorgestellt werden. Also da hat ja selbst Sing, dieser Animationsfilm, viel, viel mehr Handlung. Und da geht's im Großen und Ganzen eigentlich auch nicht um viel mehr. Ja, aber der hat mich auch mehr gerührt. Ja, ich find jetzt auch der Trailer zum zweiten Teil, irgendwie hab ich ein bisschen Bock da drauf. Der lief warum auch immer vor James Bond. Keine Ahnung, warum da Sing zwei. Damit alle im Saal wissen, worauf sie sich mit ihren Kindern demnächst freuen. Das wäre sowieso etwas, was mich sehr interessieren würde, vielleicht können die Leute da draußen da ja mal in die Kommentare schreiben, wenn sie aktuell ins Kino gehen, ob das normal ist, dass halt einfach 15 Trailer vorher laufen. Also das hatte ich jetzt zweimal bei Bond und beide Male 15, 16 Trailer von Sing. Wirklich 15, 16? Ungefähr von Ein Junge namens Weihnacht, Sing, wunderschön, bis hin zu Gunpowder Milkshake, dieser neue The 311 oder so mit Jessica Chastain, aber auch Last Duel, House of Goodtree, also wirklich die komplette Bandbreite. Ist doch geil. Ist es auch. Ich hab mich nur gefragt, machen das die Kinobetreiber so nach dem Motto, ihr wart jetzt ein Jahr lang nicht da. Das ist unser Angebot die nächsten Jahre, weil ihr es ja nicht mit Druck kommen habt. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass Werbetreibende noch nicht so wirklich ins Kino investieren. Also dass die halt sagen, ja, so Anzeigen jetzt im Kino schalten, warum? Also der Werbeblock war kurz, aber halt eben die Trailerrolle. Weil momentan, wenn's überall so ist, geht ins Kino, schaut euch Trailer an. Und wenn's nur dafür ist. Genau. Dann hab ich, und ich hatte so Bock da drauf, den mal wieder zu gucken, und ich habe Gone Girl mal wieder gesehen. Ach schön. Und es ist einfach ein Film, ich weiß nicht, wie es euch geht, den kann ich immer gucken. Ja, klar. Also es ist auch egal, in welcher Stimmung ich bin. Ich kann ihn mir sowohl angucken, wenn ich denke, ich möchte irgendwie so was halbwegs komisches tatsächlich gucken, weil der hat ja eine sehr, sehr morbide Komik, der Film teilweise. Wenn er so die Art und Weise der Berichtbestattung in den US-amerikanischen Medien seziert oder der geht ja sehr ins Satirische teilweise rein. Aber er ist natürlich auch abgrundtief böse. Und er hat halt eben Ben Affleck. Und ich muss dringend mal wieder eine Ben Affleck-Retrospektive machen. Ich merke immer mehr, je öfter ich den sehe, auch so ein bisschen angestachelt durch The Last Jewel, wo ich ihn sehr, sehr toll fand, dass ich wieder mehr Ben Affleck im Kino sehen möchte. Aber grundsätzlich so jeden Fincher-Film könnte ich, glaube ich, mehrfach gucken. Bei den Fight Club. Du hast ja eben schon angesprochen, Fight Club, genau. Ja, weil er halt auch echt immer wieder Sachen offenbart, die man ja gar nicht so, also kein Mensch so auf dem Zettel hat wie er. Also ich habe mal Berichte von Dreharbeiten gelesen, wo der halt, keine Ahnung, mit so einem Laserpointer auf irgendeine Stelle irgendwie an der Wand gezeigt hat und dann hieß es da, das Licht, das darf da nicht sein. Und dann fragt man sich, was hat der Typ da gesehen? Absoluter Perfektionist, ja. Also ich mag seinen Stil auch unglaublich gerne und sein Grading und sein Licht und Schnitt und Kamera, ist ja alles sehr, sehr perfekt in Anführungsstrichen. Wir waren auch sehr, sehr inspiriert von seinem Look für Wishlist tatsächlich. Und das fand ich ganz cool, als dann irgendjemand nach der ersten Staffel auf mich zukommt und meinte, das hat mich irgendwie ein bisschen an Fincher erinnert. Irgendwie funktioniert, cool. Und ich würde sagen, der Blick von Ben Affleck am Ende, der letzte Blick von Ben Affleck, den es im Film zu sehen gibt, sagen wir es mal so, der hat schon was unfreiwillig Komisches. Also was heißt unfreiwillig Komisches für die Figur. Ja, ja, genau. Und ich bin jedes Mal, das ist sehr tagesformabhängig, bin ich zwiegespalten, was den Schluss angeht. Weil manchmal denke ich, eigentlich sollte fünf Minuten vorher Schluss sein, weil es gibt diese eine Einstellung, wo einfach die Schlafzimmertür zugeht und dann wird das Schloss umgedreht. Und dann kommt natürlich das Ganze, das Interview und so weiter danach. Das ist nicht mehr da, aber das ist irgendwie, seit ich den Film kenne, denke ich mir so, das wäre eigentlich das perfekte Ende. Aber ich verstehe auch, warum man halt noch das andere hinten rangehängt hat. Man hat sich ja am Buch orientiert, aber warum da noch was danach kommt. Aber es ist egal, dieser Film ist von vorne bis hinten perfekt. Und dann habe ich einfach nur, weil ich mal wieder Bock drauf hatte und weil er mir von Amazon Prime vorgeschlagen wurde, mal wieder Booksmart gesehen. Und bleibt für mich eine der besten Coming-of-Age-Komödie der letzten Jahre. Ich war auch so überrascht, also ich finde auch der Trailer gibt gar nicht her, wie cool der Film eigentlich wirklich ist. Und als ich den dann geguckt habe, war ich super überrascht. Über den Humor und wie dreckig und lässig es dazu geht. Und dass diese Klischee-Rollen so krass gebrochen werden, das fand ich echt cool. Unterhaltsam. Die Puppenszene. Großartig, ja. Ich lache heute immer noch über die Puppenszene. Die finde ich sehr, sehr wichtig. Was passiert? Ich hasse ja Drogenszenen in Filmen, wenn sie halt komödiantisch eingesetzt werden. Also klar, jetzt bei einem Trainspotting oder bei einem Requiem for a Dream, das ist ja eine zweistündige Drogenszene, wenn man so will. Aber ich mag im Rahmen von Komödien, finde ich, Drogenszene immer schwierig, wenn es da so um die Darstellung des Rausches geht. Es gibt aber zwei, die ich mag. Das ist einmal Booksmart und das ist im Rahmen von 21 bzw. 22 Jump Street. Und das ist... Jump those titties oder was? Wo man dann am Ende diese Teilung des Bildschirms hat. Und Channing Tatum hat den totalen Höhenrausch, während man sieht, dass, wie heißt er, Jonah Hill gerade... In Horrortrip hat. In Horrortrip hat. Und das ist ein sehr großes Lob von mir, wenn ich eine Drogenszene in einer Komödie nicht nervig finde. As-MTDs heißt der Song. Genau. Sehr, sehr befreit. Weil man es ja immer und immer wieder sieht. Ich glaube, da geht es vor allen Dingen um die kreative Umsetzung und Ideenreichtum. Wie machen wir das mal anders? Und ich finde, es hat Booksmart sehr, sehr geil gemacht. Super überraschend. Ja, und dann halt auch in dieser Sequenz noch dieses komplett progressive und das ist ja eigentlich, eigentlich ist progressiv ja schon untertrieben für den Film, würde ich sagen. Der ruht sich ja überhaupt nicht darauf aus und hebt das nicht hervor. Es ist halt einfach eine sehr, sehr schön progressive Welt, in der der Film spielt. Ich habe mir jetzt ein paar Kritiken nachträglich nochmal durchgelesen, weil mir im Nachhinein eingefallen ist, das habe ich gar nicht gemacht, als der Film rauskam. Und ich habe so den ein oder anderen negativen Kommentar dazu gelesen, dass es ja in dem Film, dass es total unrealistisch sei, wie das teilweise dargestellt wird, weil zum Beispiel würde die homosexuelle Figur ja gar nicht gehänselt werden. Wo ich mir denke, aber das ist doch gar nicht, darum geht es doch gar nicht. Also lass doch diese Welt so mal stehen, wie sie ist. Das ist doch genau das, was Olivia Wilde, das ist ja ihr Regie-Debüt, was die sich vorgestellt hat. Für ihre Figuren. In diesem Kosmos sollen ihre Figuren leben. Und dann denke ich mir, das ist aber wirklich sehr, sehr negativ zu sagen, aber die wird ja gar nicht gehänselt dafür, dass sie lesbisch ist. Also wir sind schon, glaube ich, sehr programmiert auf gewisse Punkte in Filmen, wo gewisse Elemente vorkommen. Ja, aber ich muss sagen, ich sehe es auch. Ich finde es schön, dass das nicht mal, das ist halt relativ normal. Eben, ja eben, man muss es auch nicht immer thematisieren. Ja, Stichwort Love, Simon. Da geht es ja auch überhaupt nicht darum. Da ist ja das Problem ein ganz anderes. Da trägt er ja das Problem mit sich aus und nicht mit dem Umfeld, so gesehen. Ja. Ja. Was wollte ich jetzt noch sagen? Enter the Void. Enter the Void würde ich noch mal als wirklich gelungenen und repräsentativen Drogentrip, beziehungsweise Enter the Void und Midsommar, finde ich die zwei besten. Oh ja, aber Sommer. Die beiden besten Drogenvisualisierungen, die ich so gesehen habe, um halt wirklich mal sowohl die körperliche Erfahrung als auch das Gefühl und halt von mir aus auch die Optik irgendwie zu verdeutlichen oder den Zuschauern näher zu bringen. Da finde ich, haben die beiden Filme auf jeden Fall auch noch die Nase vorn, was das angeht. Aber ich weiß nicht, ob das wirklich in deine Kategorie fallen würde. Also ich finde, bei Midsommar, da geht es ja wieder jetzt eher ins Drama, beziehungsweise in ernsten Stoff. Ich habe gerade überlegt, gibt es bei Trainspotting oder Requiem for Dream tatsächlich subjektive Drogenszenen? Glaube ich gar nicht mal, oder? Ich glaube, es gibt, es ist ja, es handelt die ganze Zeit, es spielt in der Drogenszene, aber hat der Film eine Drogenszene? Das ist die Frage. Weiß ich nämlich gerade gar nicht. Deswegen würde ich schon sagen, ja, weil unter anderem, als sie den Fernseher verkaufen, als sie sich erst was spritzen, beziehungsweise bei Requiem, ja. Und nee, nicht erst was spritzen, sondern erst verkaufen sie den Fernseher und dann spritzen sich was. Und ich glaube, da diese ganze Optik soll das nochmal so ein bisschen ... Er fasst es ja manchmal mit diesem ganz extremen Fischauge nochmal ein. Und ich kann mir vorstellen, dass da nochmal ein paar sind. Und dann gibt es ja auch eigentlich noch immer die Szenen. Unter anderem liegt er ja mal mit Jennifer Corneli nebeneinander im Bett, was du ja so in so einem Splitscreen siehst. Und da gibt es ja diese Szenen, wo er auch immer wieder von diesem Strand und diesem Steg träumt und so weiter. Also ich denke mal, das sind auch schon Mittel oder Bilder, um eben so einen gewissen Flash oder irgendwie einen Rausch zu verdeutlichen. Aber eine umgekehrte Szene in dieser Art möchte ich noch hervorheben und zwar aus The Voices, wo man einmal sieht, da sieht man ja einmal, wie es andersrum ist. Mit Ryan Reynolds. Ja genau, da ist ja im Grunde der ganze Film ein, in diesem Fall Medikamententrip und dann lässt er sie ja einmal weg und plötzlich ist alles irgendwie realistisch. Also das möchte ich da auch nochmal positiv hervorheißen, ob du den gesehen hast. Ja, ja, mit der Katze und dem ... Genau. Mit der bösen Katze und dem lieben, dummen Hund. Genau. Und den Köpfen im Kühlschrank. Richtig. Die ohne die Medikamente plötzlich gar nicht mehr so lebendig sind. Oh, kurios. So, wir machen einen kurzen Spot und melden uns gleich zurück. Ja, mit ein paar Veranstaltungstipps, würde ich jetzt mal sagen. Da kannst du nämlich direkt über Gunpowder Milch herkriegen. Okay. Gut. Sorry nochmal, Joachim, dass ich dich beim letzten Mal sitzen gelassen habe. Hm, kein Problem, ich sitze gern. Ich hätte dich beim ersten Mal nicht fragen dürfen, wo du versichert bist. Ey, ich habe jetzt den vollen Durchblick. Danke nochmal für den Tipp mit Clark. Aber fällt dir gar nichts an mir auf? Warst du beim Friseur? Nee. Neues Hemd. Hm, hm. Keine Ahnung. Na, was habe ich denn offensichtlich? Sieht man das nicht? Ich weiß es nicht, sag schon. Aha. Zeit, Anneliese. Offensichtlich habe ich jede Menge Zeit. Die Clark-App managt meine Versicherung, ich muss mich um gar nichts mehr kümmern und dadurch habe ich endlich mehr Zeit. Zeit genug, um mich mit einer Frau zu treffen, die meine Gaming-Skills nicht zu schätzen weiß, nur um ihr dann zu sagen, Lebe wohl, holde meid. Oder wie wir Gamer sagen würden, GG. Er hat seine Versicherungen im Griff. Ein absoluter Traum, Mann. Einfach die Clark-App herunterladen, mit dem Code Beans anmelden, drei Versicherungen eintragen und einen 45 Euro Amazon-Gutschein sichern. Hallo und willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus mit Chrissy und mit Antje und mit mir und ja, wir haben jetzt erstmal so die ersten Befindlichkeiten abgequatscht und widmen uns jetzt mal dem Tagesprogramm, denn wir wollen euch ein bisschen ins Kino schicken und das auch in ein paar, sag ich mal, nicht ganz so präsente oder prominente Filme, denn es finden jetzt zur Zeit, Chrissy hat es ja eben schon angedeutet, und halt auch demnächst noch einige Festivals statt. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast, aber jetzt am Wochenende, das ist nur eins, das möchte ich gerne mal für unsere Hamburger Freunde empfehlen, jetzt am Wochenende gibt es im Studiokino ein kleines, privat organisiertes Festival von einem Mann, der sich auf YouTube Video-Hütte nennt, er heißt glaube ich Hermann. Genau. Und der hat das Studiokino gemietet und zeigt dort einfach mal ein paar der Filme, die ihn so geprägt haben. Das heißt, am Freitag, oder beziehungsweise wir können ja mal einen kurzen Trailer dazu zeigen, Ten in the Chamber heißt das Ding, und ich find's echt liebenswert, also ich muss echt sagen. Cooler Typ. Haben wir einen Trailer dazu, beziehungsweise hatten wir so einen kurzen, ja, da hatten wir einen. Der hat einfach gesagt, ey, das sind die Filme, die bedeuten mir was, Night on Earth läuft zum Beispiel am Freitag um 18 Uhr, das End California kommt um 21 Uhr am Freitag, in jenen Tagen um 13.30 Uhr, am Samstag 16 Uhr die Klapperstrange und 18.30 Straßen in Flammen. Und dann um 0 Uhr nach einem Filmquiz kommt nochmal Holy Motors. Ja, und Sonntag haben wir dann Warnung vor einer heiligen Nutte um 12, ein Überraschungsfilm um 14.30 Uhr, die Tension, kennt ihr den? Die Tension? Dieser mit Josh Hutcherson, heißt der so? Hutcherson? Da müssen sie nachsitzen. Und Armee der Finsternis gibt's am Sonntag um 19.30 Uhr noch als Abschluss, genau. Ich würd hingehen, das sah jetzt interessant aus. Die Tension ist ein Film, der ist auch eher untergegangen. Ist jetzt nicht der allerbeste, aber ich mochte den, weil der sehr irre ist, der hat so einen Scrubs-artigen Humor und ist auch so eine echt nette, sag ich mal, Irrsinnsgeschichte über halt eine Gruppe von Schülern, die nachsitzen müssen und dadurch in so eine Art Zeitreiseabenteuer kommen, weshalb erklärt wird, warum in dem Schulmaskottchen, glaub ich, der ein Bär ist, jemand in seinem Hintern steckt. Oder irgendwie sowas. Also, das wird auf jeden Fall im Laufe des Films geklärt. Gekauft. Der wirklich, ich mag den. Ich mag den echt. Der ist low-budget oder beziehungsweise hat nicht so viel Geld, aber der holt da aus seinem Szenario echt eine Menge raus, ist schön irre und hat ein paar echt ganz gute gelungene Gags. Also, ich mochte den. Ich mochte den wirklich. Und dass so ein Film da läuft, das freut mich halt. Aber auch, ja, das End California ist diese Mockumentary über Skaten in der DDR, find ich auch cool. Und ich, ja, ich freu mich um 18.30 Uhr am Samstag auf Straßen in Flammen. Ein Film, den ich schon so oft gesehen habe, aber noch nie im Kino. Und die Gelegenheit nehm ich jetzt mal wahr. Ten in the Chamber im Studiokino. Könnt ihr euch gerne auf der Seite auch noch ein bisschen informieren. Da stehen alle Zeiten und Daten. Was ja viele gar nicht wissen vielleicht, ist ja, dass man tatsächlich ja Kinos privat buchen kann, so gesehen. Und man sich da, zumindest kenn ich das so, weil ich war schon, ein Freund von mir hat schon ein paar Mal tatsächlich seinen Geburtstag im Kino gefeiert, zu einer Überraschungssneak quasi. Und hat dann halt einfach, einmal hatte er Glück und er hat, da hat ich glaube Sony damals noch eine Filmrolle von einem Film aufbewahrt, der ein halbes Jahr oder vorher irgendwie dann lief. Aber ansonsten hat er immer Blu-rays mitgebracht. Und das ist von der Qualität her völlig in Ordnung. Also rein theoretisch kann vielleicht jeder so ein Festival organisieren. Ich weiß nicht, da ist bestimmt dann irgendwelche Auflagen geknüpft und so weiter. Gehe ich schon von aus. Aber per se. Ja, so ein Kollege hat das von mir vor kurzem gemacht in Berlin für den neuesten Rebuild-Film von Neon Genesis Evangelion. Das war auch cool. Und da waren wir dann, wie viele Leute waren wir? Sechs Leute? Wir waren da im kleinen Kino und das war auch cool, auf der großen Leinwand die krassen Fights zu sehen. Aber habt ihr euch nur den vierten angeguckt? Also die vorigen Filme haben wir ja schon selber gesehen und ich glaube er hat den aktuellsten Rebuild schon dann zum dritten oder vierten Mal geguckt. Ich habe den dann zum ersten Mal gesehen und habe da gesessen, gestaunt, nicht alles verstanden, aber wer versteht schon alles bei Neon Genesis Evangelion? Also ohne End of Evangelion hätte ich die erste Staffel dann auch nicht richtig verstanden beziehungsweise war ich schon so ein bisschen irritiert. Ich weiß, warum die es so gemacht haben beim ersten Mal, aber wie gesagt, es hat nicht wirklich viel nochmal gegeben für all das, was vorher aufgebaut worden ist. End of Evangelion, ja, war hilfreich, aber so den völligen Durchblick hatte man auch noch nicht. Ja, aber ich feiere das. Ich mag das auch irgendwie, wenn ich, wenn ich einen Film nicht komplett verstehe und hinterher nochmal überlegen muss, Moment mal und dann recherchieren muss und dann investiert man ja auch noch mehr Zeit und dann steigert sich die Begeisterung nochmal für so ein Filmprojekt und ich habe es schon sehr gefeiert. Auch wenn ich, ich habe sogar auch diese Explain-Videos auf YouTube geguckt, aber das ist ja so viel Info und so vielschichtig, also da durchzublicken, da musst du echt richtig tief drin sein. Es geht um seine Psyche, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe. Irgendwas mit Engeln. Ja, irgendwas mit Engeln. So, cool, das hätten wir schon mal und ja, Chrissy hat es ja eben schon mal angedeutet, in Berlin hat es bereits begonnen. Bei uns, wir sind glaube ich die Letzten dieses Jahr hier in Hamburg mit dem Fantasy-Filmfest und dazwischen kommen natürlich die üblichen Städte wie Köln, Frankfurt, ich glaube Nürnberg, München. Köln! Ja, und deswegen haben wir uns gedacht, komm, wir weisen jetzt einmal aufs Fantasy-Filmfest hin, dass das nämlich jetzt sowohl in Berlin gestartet ist, als auch demnächst noch in weiteren Städten starten wird und wir wollten mal so einen kleinen, ja, wie soll man sagen, so ein paar Tipps mit auf den Weg geben, oder? Was sagst du denn zu Gunpowder, Mishek, der Eröffnungsfilm? Ja, als ich den Trailer zum ersten Mal gesehen habe, war ich total begeistert, das war so ein bisschen so ein Sucker-Punch-Moment, wo ich den Trailer gesehen habe und dachte, boah, ja geil, sowas will ich sehen, da habe ich Bock drauf. Ja, und dann habe ich den Film gesehen und es war auch wieder so ein Sucker-Punch-Moment, wo, ja, zuerst das positive Look ist cool, die haben ganz coole Ideen, was manche Choreografien angeht, also Kampfszenen, aber es ist dann auch wieder sehr, sehr, also ich finde, da findet der Balance nicht zwischen Ernsthaftigkeit und wir nehmen uns dann doch nicht ernst, also der Film erzählt einen so, ja, wir nehmen alles locker, wir nehmen uns nicht so ernst, das ist alles nur Spaß, aber dann gibt es natürlich auch diese Verbindung zwischen Tochter und Mutter, die dann auch, ja, einiges an Raum einnimmt, aber das ist alles sehr, sehr, sehr flach erzählt und, ja, ich weiß nicht, wie viel man erzählen darf, man soll ja spoilerfrei bleiben, aber, ja, in einer gewissen wichtigen Kampfszene, da, ich weiß nicht, ob es da genug Budget für VFX gab, so, das hält einen, das nimmt einen, holt einen immer sehr schnell raus, also mich persönlich immer sehr schnell raus, um in der Spannung zu bleiben für den Film, aber an sich geiler Look, ich finde auch hier ihre Jacke, erinnert mich voll an Ryan Gosling und Drive irgendwie, das Kostüm, hatte mich, also, als ich den Trailer gesehen habe, dachte ich auch, ist das irgendwie inspiriert davon, er wurde übrigens in Berlin gedreht und, äh, der Regisseur ist auch in Deutschland geboren und, ähm, ja. Und hat einen wirklich, also einen Film gemacht, den ich wirklich mag, Big Bad Wolves, äh, wo halt eine ähnliche Geschichte erzählt wird wie In Prisoners, mir von Denis Villeneuve und den mochte ich halt sehr, deswegen war ich ein bisschen gespannt auf den, aber ich find halt Gunpowder Milkshake, es ist ein schöner Eröffnungsfilm, gerade für's ... Hast du den auch gesehen? Ich hab ihn auch gesehen, ja. Es ist ein schöner Eröffnungsfilm, so fürs Fantasy Filmfest, man sollte nicht allzu viel drüber nachdenken, der ist halt einfach, ja, der will halt einfach cool sein und stylisch so. Aber fandest du ihn cool? Das war nämlich dann ... Ich fand ihn, ich fand ihn zu, zu cool, also, verstehst du, der hat zu sehr auf Coolness gemacht, der hat ... Das war dann schon wieder weniger cool. Ja, genau, weißt du, wenn halt irgendwie ... Funktioniert nicht die ganze Zeit. Wenn dann halt irgendwie im größten, sich andeutenden Gefecht des Films irgendwie immer noch mal Zeitlupen irgendwie oder Leute in Zeitlupe zu ner Tür laufen, um dann halt ins Gefecht einzuschreiten, dann denk ich mir so, na, da überreizt du halt ein bisschen diesen Coolness-Faktor so und das zieht sich ja wirklich gnadenlos bis zum Ende durch und ich muss sagen, mir war's halt ne Spur zu bemüht cool. Mhm, genau. Ja. Und die Geschichte, come on, haben wir alles schon ein paar Mal gehabt so und es ist jetzt auch nicht schlimm, aber, ähm, ja, wie gesagt, dieser, dieser absolute Stilwille, der tut dem Film meiner Ansicht nach nicht so gut. Ja, und ich find auch, äh, Michelle Yeoh wurde, äh, ziemlich verschenkt von ihren ... Michelle Yeoh wurde richtig verschenkt. ... von ihren, von ihren Skills, ja, generell, ähm, in den Trailern. Also, ich hatte richtig Lust auf die Kampf-Szenen. Ich hab die, äh, ich fand die nicht ganz glaubwürdig. So von, ähm, wie gesagt, die Ideen gut, ich weiß nicht, ob, ähm, also wie gesagt, da hätte ich jetzt, äh, noch mehr erwartet, gerade bei Michelle Yeoh. Hattest du ihn gesehen? Nein, aber das, was ihr sagt, klingt so, wie der Trailer sich anguckt. Ja, das ist ja auch ein bisschen kurios, der Film ist ja überall weltweit bei Netflix schon erhältlich und wir sind die einzigen, die ihn ins Kino bringen, aber ich sag mal so, wie gesagt, als Eröffnungsfilm fürs Fernsehfilmfest, wenn man nicht allzu viel erwartet und eigentlich ein bisschen gute Laune, Popcorn, Ballerei, ähm, dann ist der in Ordnung, also kann man machen. Ähm, meiner Ansicht nach kann man auch machen Pick mit Nicolas Cage. Ich glaub, den muss man machen, oder? Ey, ich fand den wirklich gut. Also, ne, also der Trailer, der zieht das komplett. Ich hab's leider selber noch nicht gesehen, aber werd ich mir auf jeden Fall angucken. Du hattest ihn gesehen, ne? Und wir sind da, glaub ich, auf dem gleichen Nenner, oder? Ja, absolut. Ich find's sehr, sehr witzig, es ist egal, wo man das liest, überall fällt der Vergleich zu John Wick, der sofort dann direkt wieder ... Ja, ja, daran denkt man auch, daran denkt man auch direkt. ... dem sofort widersprochen wird, ähm, denn im Grunde ist natürlich die Ausgangslage gleich. Ein Eigenbrötler mit schwerer Vorgeschichte hat nur noch ein Tier, das sein bester Freund ist. Im Falle von John Wick war's ein Hund, hier ist es eben ein Schwein. Man nimmt ihm das Schwein weg und daraufhin ... Das ist schon geil. ... und daraufhin macht sich Nicholas Cage auf, das Schwein wiederzufinden, beziehungsweise die Leute zu finden, die ihm das Schwein geklaut haben, aber eben nicht in John Wick-Manier, sondern in ... Ganz anders. ... in ganz anderer Manier. Ich wüsste jetzt auch spontan, ich weiß nicht, hast du First Cow schon gesehen? Noch nicht, nee. Weil lustigerweise ... Das ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig, da den Vergleich anzustellen, wenn du den nicht gesehen hast, aber es ist im Grunde ... John Wick trifft First Cow sehr, sehr entschleunigt, viel darauf eingehen, diese Verbindung Mensch und Natur. Und dieser ganze Rache-Aspekt, der findet halt überhaupt nicht auf eine offensive Art und Weise statt, sondern es ist eigentlich im Kern ein Selbstfindungsfilm, wobei ich nicht den Eindruck hatte, es geht darum, dass sich die Figur noch irgendwie groß weiterentwickelt, sondern sie verarbeitet ihren ganzen Schmerz, ihr ganzes Leben im Laufe dieses Films. Und dann gibt es einen Moment, da ist überhaupt egal, was inhaltlich passiert, aber die Art und Weise, wie hier zwei Männer einander gegenüberstehen und sich austauschen über das, was passiert ist, das ist so intensiv und durch die kleinen Gesten und so einzelne Worte, die ausgetauscht werden, sitzt man da und hält den Atem an und sehr, sehr starker Film. Und ich hoffe, jetzt ist endlich auch mal dem vorgebeugt, dass da immer noch Leute reingehen und sagen, ich will John Wick mit Nicolas Cage gucken. Ja, oder halt die typische Nicolas Cage-Meme-Machine so, die geht es halt auch nicht. Also ich könnte mir wirklich vorstellen, dass der so in Nebenkategorien bei den Oscars vielleicht sogar Chancen haben könnte, wenn er nicht so klein wäre. Ja. Also ich glaube, er wird, er wird ja auch bei uns, kommt er ja nicht ins Kino, sondern ich glaube im November schon direkt auf DVD und Blu-ray, hat ja eher so diesen Geheimtipp-Status. Aber wenn ich mir überlege, wenn da ein prestigeträchtiger Name hintergestanden, hätte und man den näher an die Saison gepackt hätte und mehr mit Kopien und so weiter und so fort, wäre das bestimmt so ein Geheimkandidat. Ja. Ein Oscar-Kandidat ist, glaube ich, auch Lamp. Ich weiß nicht, ob sie ihn für die Oscars einreichen oder der nicht bereits schon eingereicht ist. Hat heute bekannt, ist heute bekannt geworden, dass er in Deutschland regulär ins Kino kommt. Genau. Sollte man nicht zu viel zu wissen, es geht um nur Mira Paars und ihren Ehemann, die halt in Island auf einer Farm leben und dann etwas finden. Sagen wir es mal so. Ich hab halt nur gehört, der Film soll halt am Ende einen sehr weirden Eindruck hinterlassen. Was ich gut finde, erstmal. Der lief nämlich unter anderem hier bei unseren Freunden vom Slash-Filmfestival in Wien Anfang Oktober, da waren wir auch zu Gast. Da wird es demnächst noch einen kleinen Beitrag zu geben und unser Kameramann hat sich den angeguckt, während wir uns einen, was war es, einen philippinischen Horrorfilm namens Medium. Ach nee, Quatsch. Es war ein koreanisch-thaiwanesischer, glaube ich. Koreanisch-thaiwanesischer. The Sadness? Nein. Nee, Sadness kommt auch noch. Oh, ich hab den Träger gesehen, ich bin traumatisiert. Ja. Aber hier, Medium ist von dem Regisseur geschrieben, der auch The Wailing gemacht hat. Und dann halt von demjenigen, der, ah nee, thailändisch. Thailändisch-koreanisch. Ah, jetzt hab ich's ja. Jetzt hab ich's ja. Und Medium läuft auch auf dem Fantasy-Filmfest. Für Aufgeschlossene, von mir auf jeden Fall eine Empfehlung, ist so ein Film, der das Thema Mockumentary irgendwie verarbeitet und, und dann das, also, ja, die Geschichte eines Mediums erzählt, in deren Familie halt immer die Frauen das Medium für eine berühmte Göttin waren. Und ey, wirklich, der Film wird irgendwann echt fies, beziehungsweise auch hat einen Jumpscare, den fand mir damals im Kino ziemlich gut, und hat mir sehr gefallen. Und am Ende sitzt du halt da und hast viel gesehen und weißt nicht so wirklich, ob du alles greifen kannst, aber genau das hat mich dann an The Wailing erinnert und deswegen fand ich den gut. Und Lamp, wie gesagt, soll eher so ein Slowburner sein, so ein richtig langsames Ding, aber trotzdem dich halt schon mit einem angeschrägten Gefühl aus dem Kino schicken. Ich weiß es nicht. Das letzte Mal, dass in einem Film Prominent eine Figur einen Blumenkranz auf dem Kopf hatte, das war bei Midsommar. Und ich versuche jetzt die ganze Zeit da, überlege mir jetzt gerade, ob die Filme vielleicht miteinander zu tun haben. Ist das vielleicht Florence Pugh in einer Reinkarnation drei Jahre nach Midsommar? Ja, ich meine, wer weiß, was durch diese Rituale im Midsommar halt alles passiert. Und vielleicht ist das die Fortführung davor. Ich will da nicht zu viel ins Detail gehen, weil ich glaube, man sollte diesen Film wirklich von seinen Bildern, seiner Stimmung her und halt eben auch von dem wenigen, was er wohl an Story anbietet, auf sich wirken lassen. Und da will ich nichts zu sagen. The Sadness läuft auch auf dem Filmfest. Ich sitze da zufrieden in meinem Kinositz und dann kommt der Träger. Ich dachte, ach du Scheiße, ey. Das ist so brutal. Also wirbt ja auch selber damit, der brutalste Zombie-Film aller Zeiten zu sein. Könnte gut sein. Also ich weiß nicht, ich habe ja den Film nicht gesehen, aber es wirkte so, als würden die Opfer zu Tode vergewaltigt werden. Nicht ganz. Es ist auch nicht richtig Zombie. Also man muss das, glaube ich, eher so im Sinne von 28 Days Later und George Romero's The Crazies sehen. Aber sexuelle Gewalt gibt es schon. Sexuelle Gewalt gibt es schon. Das Problem an diesem Film ist, er erlaubt sich ein paar Szenen mit sexueller Gewalt, vor allem halt dann auch immer gegen Frauen. Die müssen nicht sein. Die sind zu sadistisch. Die sind auch echt, also... Die haben in einem Unterhaltungsfilm nichts zu suchen. Naja, das ist so, ich habe es ja in meiner Review beschrieben. Das ist so, als hättest du in Braindead-Szenen aus Guinea-Pig reingeschnitten. Also du hast die ganze Zeit eigentlich relativ viel Vergnügen und Unterhaltung und Spaß an der Gewalt, die da gezeigt wird, weil er halt nie zu grimmig wird und nie zu sadistisch wird. Aber dann immer wieder kommen dann so Momente, wo du halt denkst, oh, muss das jetzt sein? So, ja, das sind so die Momente halt, wie ich es geschrieben habe, die sollen halt nicht mehr als den Schädel ficken. Und, ähm, sind nicht notwendig. Auch nicht für den Punkt, den er damit machen möchte. Ich verstehe den Punkt, den er damit machen möchte, aber das muss er nicht, meiner Ansicht nach. Also er muss es nicht so machen, weil dadurch wird das alles verzerrt. Und ansonsten ist es halt einfach, wie du es schon fast vermutet hast, wie so ein spaßiger, aber halt wirklich harter Zombie-Film. Und der ist hart. Ja, der ist wirklich hart. Also richtig krass gefoltert, also so wirkt es im Trailer zumindest. Es wäre jetzt nichts für mich, aber so für Gore-Fans vielleicht. Ja, also für Gore-Fans. Ohne Grenzen. Der ist frisch durch die FSK gefallen, ne? Gestern, glaub ich, hat, äh, Cape Late, die bringen den sowohl regulär ins Kino als auch dann, äh, ins Heimkino. Und die haben grade erzählt, der hat, äh, keine Jugendfreigabe bekommen. Äh, also keine, keine Jugendfreigabe. Ist jetzt grade noch ohne FSK-Freigabe. Und wir haben uns ja in letzter Zeit öfter mal darüber unterhalten, dass die FSK so ein bisschen auftaut. Stichwort Hellboy, genau der war das. Ähm, keine Ahnung, Stichwort auch später noch Venom 2, der ja jetzt frisch ab zwölf freigegeben ist. Was ich aber ehrlich gesagt nachvollziehen kann. Aber ist egal. Ich auch, ja. Wir haben jetzt halt so gemerkt, es gab immer mal wieder ein paar Filme, wo wir dachten, ja gut, haben Hellboy als Maßstab genommen, härter als das ist es nicht. Und schien irgendwie gar nicht mehr zu passieren, dass ein Film keine FSK-Freigabe bekommt. Ja, aber ich kann verstehen, warum der Probleme kriegt. Und trotzdem muss ich sagen, tricktechnisch ist das sensationell. Es ist wirklich sensationell. Was die da mit handgemachten Effekten und mit digitalen Effekten kombinieren. Ähm, ihr kennt, äh, vermutlich den berühmten Skandalfilm Irrevisible. Ja. Und für welche Szenen dieser Film unter anderem berühmt ist. Und damit meine ich jetzt nicht die Vergewaltigung, sondern ich rede von der Feuerlöscherszene. Ähnlich Schmerzhaftes gibt's hier auch zu sehen. Und ich würd nicht sagen, dass es unbedingt immer darauf ausgelegt ist, dass Leute, dass man sieht, wie Leute gefoltert werden. Da wird schon relativ schnell, zack, kurz Prozess gemacht. Aber das ist halt sehr brutal. Ja. Ja. Okay. Und sollte man sich nur drauf einlassen, wenn man halt wirklich sagt, okay, ich hab schon einiges gesehen, ich kann einiges ab. Ähm, ich hab Spaß daran. So. Ja. Ein Film, den ich trotzdem empfehlen möchte, noch weiter empfehlen möchte. Die Innocence ist hier das Centerpiece. Ist ein, ich glaub, schwedischer oder norwegischer Film. Ist so ein bisschen Chronicle, ein bisschen Let the Right One In, bisschen The Children über eine, ja, Hochhaussiedlung. Ähnlich Let the Right One In. So trist und karg. Und in dieser Hochhaussiedlung zieht die kleine Ida zusammen mit ihrer Familie. Und Ida hat eine, ja, ich sag mal, ich glaub, autistische Schwester, die nicht so wirklich viel von der, oder nicht viel von sich an die Umwelt preisgeben kann. Also die kann sich halt nur mit Lauten irgendwie, oder gibt halt nur irgendwelche Laute von sich. Und Ida ist halt so ein bisschen auch, wie man so sagen, ja, sauer darüber, dass ihre Schwester halt deutlich mehr Aufmerksamkeit bekommt als sie. Und sie lernt dann halt in ihrer Nachbarschaft einen Jungen kennen und der Junge scheint zum einen irgendwelche Fähigkeiten zu haben und zum anderen aber schon, ähm, zu ihrer Schwester irgendwie einen gewissen Draht, also irgendeine Verbindung aufzubauen oder irgendwie scheint die da zu existieren. Und dann kommt noch ein weiteres Mädchen hinzu, die ebenfalls mit der Schwester deutlich besser kommunizieren kann als der Rest der Welt. Und daraus entspricht sich eine Geschichte, wo ich gedacht hab, alter, alter, nach 20 Minuten hatte ich keinen Bock mehr. Ich wollte eigentlich, das war mir zu unangenehm alles, weil ich selber kleine Kinder habe und was die da machen, ist halt der Albtraum für jedes Elternteil, wenn du halt irgendwie mitbekommst, dass deine Kinder so scheiße sein können. Und da passieren ein paar wirklich Szenen, wo ich dachte, nein, das machst du jetzt bitte nicht, das machst du jetzt bitte nicht. Und dann wird es aber später irgendwie, nimmt es eine ganz andere Dimension an und bleibt aber dabei trotzdem so reduziert wie Let the right one in. Und das fand ich richtig, richtig stark. Also ich hab mich in diesem Film ein kleines bisschen verliebt. Ich merke das schon. Ich hab mich auch ein bisschen verliebt in dem Film gerade. Ich fand den wirklich klasse. Und ja. Und dann ein Film in eigener Sache. Wir präsentieren ihn OSS 117. Sagt dir das was? Nee. Ist als französische Agenten... Ah doch, jetzt wo ich's will. Jetzt komm. Ist als Agentenfilmparodie gestartet auf James Bond. Der erste Teil lief auf dem Fantasy Filmfest, der zweite auch. Ich hab damals den ersten geguckt und hab dafür den Abschlussfilm sausen lassen, den eigentlichen Abschlussfilm, weil ich wissen wollte, was das ist. Weil ich fand damals Jean Dujardin sieht so krass aus wie Sean Connery irgendwie. Und ja, das ist halt so eine richtig fiese... Was heißt fiese? Aber ist schon vor allem inzwischen eine sehr schwer zu schluckende Agentenfilmparodie, die sich halt vor allem auch über den Kolonialismus, den Rassismus, den Sexismus der Franzosen auslässt und lustig macht und parodiert. Und ja, jetzt halt zum dritten Mal. Ist zum ersten Mal von einem anderen Regisseur. Und ich hatte nach wie vor meinen Spaß dran. Ich kann aber mir vorstellen, dass es noch Leute gibt, die sich daran jetzt noch mehr stören würden als damals zu den ersten beiden Filmen. Aber allein Jean Dujardin als Hubert Bonisseur de la Bat, so heißt der Agent mit eigentlichem Namen, ist halt wirklich ein Genuss. Ist wirklich ein Genuss. Ich guck den so gerne, wie er das macht, weil die Gestik, die Mimik und wie er halt auch mit den Leuten immer redet, das macht so viel Spaß. Macht so viel Spaß. Ja, und ich werde in Hamburg wahrscheinlich vor Ort sein und den Film präsentieren. Hunter, Hunter war auch im Programm, ne? Hunter, Hunter war auch im Programm, hast du ihn gesehen? Ja. Wie fandst du ihn? Auch gesehen, ne? Also die erste Hälfte fand ich mega spannend. Man kriegt richtig, man wird richtig hungrig, man wird richtig neugierig. Dieses Mysterium, das aufgebaut wird um den Wolf und Schauspieler, auch unglaublich mitreißend. Ich fand es so ansteckend, die Hauptdarstellerin, wenn die Angst gespielt hat, ich hatte automatisch auch so krass Angst. Und du siehst ja nie wirklich was in dem Wald, der auch super atmosphärisch ist und richtig gruselig. Und es ist ja wie so ein Märchen, wie so ein Horrormärchen ein bisschen. Die Macher waren tatsächlich auch inspiriert von den Geschichten von Gebrüder Grimm. Und genau, deswegen war ich sofort drin im Film, sofort total im Thriller-Vibe. Und genau, dann wurde ich so hungrig auf mehr und ich wollte dann wissen, was genau passiert hier. Und wie gesagt, ich will jetzt nicht so viel verraten. Aber ich fand's dann nicht ganz, ich wurde dann in der zweiten Hälfte nicht ganz satt. Ich hätt's cool gefunden, wenn die Figuren noch mehr Raum gekriegt hätten, wenn noch mal ein bisschen erzählt werden würde. Ich find auch ... Ah, das ist so schwer, darüber zu reden, ohne zu spoilern. Es ist fies, man kann zu diesem Film eigentlich kaum was sagen, wie er weiter verläuft, weil da würdest du halt zu viel Effekt rausnehmen. Ja, eben, genau. Man dürfte eigentlich nicht weiterreden. Aber das, was so angeteast wird, so in der ersten Hälfte, davon hab ich irgendwie dann in der zweiten Hälfte gar nichts mehr gekriegt. Das, worauf ich dann auch noch wirklich Lust hatte. Aber nichtsdestotrotz super spannend, lohnt sich auf jeden Fall. Also ich war die ganze Zeit ... Ja, mein Blutdruck war sehr, sehr hoch bei diesem Film. Und dann, wir hatten geredet, die Endszene. Ja. Also, muss ich auch sagen ... Respekt. Props für die Props. Props für die Props, ja. Props für die Props. Und vor allem halt auch die, sag ich mal, die Eier, das so durchzuziehen. Das fand ich schon ganz gut. Bei mir war's andersrum. Ich muss sagen, ich fand den Anfang ein bisschen zäher. Aber je weiter es voranschritt, umso gespannter war ich dann halt. Und ich wurde halt mit einem richtigen Fund aus dem Kino geschickt, so gesehen. Interessant. Aber trotzdem, nach wie vor, würd ich den auch als Empfehlung aussprechen. Ja, würd ich auch. Ich auch, aber am besten ohne halt zu wissen, was einen erwartet. Genau, deswegen wollt ich. Man kann natürlich die Szene, über die wir hier jetzt nicht reden werden, man kann sie mit gewissen anderen Filmen vergleichen. Wenn man's machen würde, wüsste man aber sofort, worauf's hinausläuft. Er hat halt, er beginnt halt so ein bisschen wie dieses Captain Fantastic, wie Leave No Trace hieß der, glaub ich. Also dieses Aussteigerleben porträtieren. Mit Glenn Foster, ne? Genau, dieses wir porträtieren das Aussteigerleben. Auch noch ein bisschen so dieses It comes at night mit drin, weil ja ein Mysterium aufgebaut wird, von dem man eigentlich gar nicht so richtig weiß, was ist denn das da eigentlich? Das Problem, also das Ende, von dem du sprichst, das hat mich auch eiskalt erwischt. Ist auch schwer, dass es das nicht tut, wenn man nicht weiß, was da kommt. Und Problem, da bin ich dann wieder so ein bisschen bei Chrissy, dadurch, dass der halt anfängt, wie die Filme, die ich gerade genannt hab, und dann damit aber endet, hat man das Gefühl, irgendwie verliert ihr darüber so ein bisschen das Erzählen. Weil ihr dann doch vielleicht auf das hingearbeitet habt, was ihr dann am Ende zeigt. Das find ich auch völlig in Ordnung, aber dann find ich dieses anfängliche, wir erzählen noch so ein menschliches Drama und so, das verliert er dann in der zweiten Hälfte. Wir wissen, warum er das verliert und wir wissen, dass es auch gar nicht zwingend darum geht, in diesem Film das allertiefste Drama zu erzählen, sondern er will in erster Linie halt die Leute mit einem Punch aus dem Kinosaal lassen. Im Großen und Ganzen, find ich, passt das wirklich gut zusammen und ich glaube, da stecken irgendwie zwei Filme drin und ich hätte Bock, beide zu sehen. Jetzt kriegen wir beides in einem, ist auch wirklich in Ordnung, aber ich glaube, das Beste ist wirklich, guckt ihn euch an, ohne zu wissen, was abgeht und dann ... Ja, mehr sollte man auch jetzt nicht mehr erzählen. Nee, genau. Das gleiche muss ich bei einem Film machen, der heißt Silent Night, der hat jetzt in Sieges, hat der, also wir waren ja jetzt, also ich war jetzt halt in Sieges in der Nähe von Barcelona auf einem Filmfestival und es gibt so einen internationalen französischen, oder nee, Quatsch, internationalen Fantasypreis, Milliers d'Or heißt der, Milliers d'Or und dort hat Silent Night das beste Drehbuch gewonnen. Da geht's um einen, wie soll man sagen, Weihnachtsabend, einen vermeintlichen Weihnachtsabend. Keira Knightley und ihr Mann Matthew Goode, zum Beispiel aus Stoker, glaube ich, laden sämtliche Freunde aus der Jugend, mit denen sie aufgewachsen sind, studiert haben oder zur Schule gegangen sind und so weiter, laden sie halt mitsamt Familie auf ihr Cottage ein. Und man denkt so, ja, okay, das wird jetzt halt so die billige Abrechnung mit Weihnachten und Leute, die sich eigentlich schon nicht mehr wirklich viel zu sagen haben, zerfleischen sich dann im Laufe des Abends, weil die eine nie mit dem, oder weil der eine nie Interesse an der anderen hatte und die eine viel zu jung ist für den einen, für den anderen, für den dritten und bla bla bla. Und Eifersüchteleien und was weiß ich, verletzte Eitelkeiten kochen halt hoch. Mag man denken, geht in eine ganz andere Richtung und deswegen hier bitte die ausdrückliche Empfehlung, schaut euch keinen, keinen Trailer an, versucht auch nichts zur Handlung zu lesen. All das, was ich gesagt habe, sind die ersten fünf Minuten, die in eine falsche Richtung lenken. Ja, und die Idee ist nicht wirklich super ausgespielt, das will ich gar nicht behaupten. Es gibt tonale Schwankungen oder tonale Wechsel, die fand ich nicht so geglückt, aber die Idee dahinter, die finde ich schon ziemlich, ziemlich gut und erinnert irgendwie in ihren Grundzügen. Und jetzt weiß ich, jetzt mache ich ein weites Fass auf, beziehungsweise ich jetzt nenne ich zwei Titel, die haben inhaltlich nichts mit diesem Film zu tun, aber ich versuche ein wenig die Stimmung damit zu verdeutlichen. Coherence und The Invitation. Ach, und The Invitation musste ich auch anhand deiner ... Genau. Aber versuche jetzt mal nur, da werden Leute eingeladen und kommen zusammen in einem Haus und es hat erst den Anschein, als wäre das was, was man so auf den Anschein sieht oder auf den ersten Blick sieht, aber es wird was anderes. Der ist nicht ganz so feinsinnig wie Coherence und The Invitation, aber trotzdem hat er zum einen schon einen gewissen Spaß gemacht. Wechselt das Genre oder darf man das verraten? Ja, ich weiß nicht, ob das schon so viel ist. Das ist schwer, drumherum zu tanzen. Nein, ich will jetzt nichts weitererzählen. Wie gesagt, Aufgeschlossene sollten diesem Film eine Chance geben, vielleicht werden sie überrascht, aber ich will nicht sagen, dass der Film auch, sag ich mal, eher kalt lassen kann. Ja, das, aber je weniger man zu diesem Film weiß, umso besser. Ja, und das trifft nicht zu auf Spine of Night, ein Rotoskop-Fantasy, ähm, ja, Splatter-Märchen, würde ich jetzt mal sagen, um eine Kriegerin, die sich aus ihren Sumpflanden aufmacht, um einen, ja, Wächter, den Wächter einer Blume zu finden. Und mit dem redet sie halt über dieses, über diesen Werdegang dieser Blume, weil diese Blume hat besondere Kräfte und hat dafür gesorgt, dass ein eher niedriger Magier oder Angestellter, dass der zum mächtigsten Herrscher aufsteigen konnte und das ganze Land unterjocht hat. Und das wird halt in diesen Gesprächen mit dem Wächter rückblickend erzählt. Und sie ist da halt ein ganz entscheidender Teil. Ist übrigens Lucy Lawless, die jetzt hier in Rotoskop-Verfahren, sag ich mal, animiert wurde. Matt Richard E. Grant ist noch mit dabei und der Anführer der Hobbits aus, äh, der Zwerge aus, der Hobbit, wie heißt der? Ähm, Armitage oder so? Richard Armitage. Richard Armitage, ich glaub, der spielt auch noch mit. Ja, soll so ein bisschen an die Fantasy-Filme von Ralf Bakschi oder Heavy Metal erinnern, also Zeichentrick-Filme für Erwachsene, in denen auch sehr viel Brutalität enthalten ist. Aber ich muss sagen, die Geschichte war nicht wirklich spannend, nicht wirklich temporeich erzählt. Trotzdem gibt's ziemlich viel Gewalt, die man für Zeichentrick-Filme halt normalerweise nicht so kennt. Aber sollte dem ein oder anderen 70er-Jahre-Ralf-Bakschi-Fan auf jeden Fall doch ein bisschen Freude bringen. Ist es denn schön anzusehen auf einer großen Leinwand? Auf einer großen Leinwand macht das schon einen gewissen Reiz. Aber, naja, irgendwann hat sich's auch sattgesehen. Beziehungsweise, wenn ich das vergleiche mit zum Beispiel Filmen wie Feuer und Eis, den ich sehr mag, von Ralf Bakschi, dann muss ich sagen, da haben die es ja noch besser verstanden, auch mit dem Soundtrack so eine gewisse Epik zu vermitteln. Und das schaffen sie bei dem Film nicht unbedingt. Obwohl's da so einen geilen Shot gibt von so einem Fluggerät, das über so eine Mauer fliegt und dabei so Lava runterfließen lässt. Und die ganzen Leute auf der Mauer werden halt verbrannt. Und das sieht halt in so einer Panorama-Perspektive schon ganz geil aus. Ja, deutlich mehr Wumms und halt auch mehr Epik oder mehr Pathos erwarte ich mir von einem chinesischen Film namens Raging Fire mit Donnie Yen. Er spielt einen, äh, ja, altgedienten Polizisten, der sich jetzt auf einmal gegen einen seiner Schüler zur Wehr setzen muss, weil der ist irgendwie in Ungenade gefallen und möchte sich jetzt dafür rächen und macht Donnie Yen das Leben schwer. Ist ein ziemlich erfolgreicher Film bereits in China, wie so viele andere Filme gerade auch. Äh, und, ja, soll von der Action her bombastisch sein. Ist unter anderem von Benny Chan inszeniert worden, ist der letzte Film von Benny Chan. Der hat unter anderem mit Jackie Chan My Name is Nobody or Who Am I gemacht. Oder New Police Story, falls man die gesehen hat. Aber ich freu mich drauf, chinesische Filme sieht man nicht so oft hier. Und das auf der großen Leinwand hab ich jetzt Bock. So, und damit wären wir auch schon beim nächsten Festival. Können wir das noch machen? Ja, komm, das machen wir noch schnell. Oder gehen wir einmal kurz in die Werbung? Nein, das machen wir jetzt. Zack. Damit wären wir beim nächsten Festival. Vom 28. bis zum 31.10. finden nämlich auch wieder ein neues Shivers-Festival statt. Und sowohl auf dem Shivers- als auch auf dem Fernseher-Filmfest läuft ein fantastischer Film. Er heißt Beyond the Infinites. Ja, ja, Mann. Und hast du ihn gesehen? Ja, hab ich gesehen. Und wirklich, sag bitte, dass der Film geil ist. Es lohnt sich auf jeden Fall. Weil irgendwann, ich dachte am Anfang so, ach so, ja, ist ja super geniales und total simples Prinzip. Und als sie dann, wie weit darf man hier erzählen? Man sieht's ja im Trailer, ne, oder? Ich würd's jetzt auch nicht allzu weit erzählen. Aber sag mal so, in diesem Film geht's darum, dass eine Menge Menschen herausfinden, dass der eine Monitor zwei Minuten in die Zukunft zeigt und der andere Monitor zeigt zwei Minuten in die Vergangenheit. Und sie kommen auf die Idee, diese Dinger gegenüberzustellen. Genau, das wollte ich nämlich sagen, dass sie die Monitore gegenüberstellen. Ab da war mein Gehirn dann so weit, dass es selber auch nicht mehr so klar kam. Moment, zwei plus zwei plus zwei minus zwei. Wo passiert jetzt was? Und wer redet jetzt mit wem? Da fing mein Gehirn auch an zu loopen. Aber trotzdem, ne, ich hab den jetzt schon zwei oder dreimal gesehen. Ich hab wirklich versucht, immer auf alles Mögliche zu achten. Die sind wirklich gut. Das muss ein Dreh gewesen sein. Ja, dieses Timing so, total perfekt. Das ist so flüssig, dass man mit sich selber mit dem Monitor redet. Das ist so ganz natürlich wirkt. Also vom Timing her wird man nicht merken, okay, jetzt muss ich das machen, sondern ist notfall. Und ihnen fällt alles wieder ein, ne? Also sie lassen nichts auf dem Weg liegen. Es kommt alles wieder vor. Das fand ich erstaunlich. Nein, immer noch nicht. Ich weiß, das ist auch nicht lang und so. Ich muss das jetzt endlich mal machen. Und es ist fast ein One-Shot. Also es gibt versteckte Schnitte. Ja, es gibt eine Schnitte. Ich glaub einmal, also ne, wir dürfen nicht reden, aber es ist halt ein Plansequenzfilm. Und das macht's auch nochmal super cool. Und ein Kammerspiel auch, kann man sagen, ne? Ja, es bewegt sich eigentlich fast nur in einem Haus, so, ja. Und Comedy und es hat sowas von so einem, ja, lustigen Theater. Und trotzdem ist es dann spannend und überraschend natürlich. Und einfach, äh, geniale Grundidee. Ich wollte es hier nicht sagen. Ja, also den wirklich, den ganz, ganz nach oben auf die Liste setzen. 70 Minuten geht der, glaub ich, oder 80 Minuten. Und war für mich vom Überraschungseffekt oder von diesem Pay-Off-Effekt halt genauso schön wie One Cut of the Dead. Also ich fand das großartig. Also, der läuft beim Shivers, äh, sollte man sich reinziehen. Dann läuft unter anderem als Eröffnungsfilm Last Night in Soho. Und wir dürfen nicht drüber reden. Das ist so unfassbar ärgerlich. Ich will endlich über diesen Film reden. Wir dürfen nicht drüber reden. Nein, ich meine, ich meine 25. Was haben wir heute? Keine Ahnung. 25. Oktober ist Embargo, glaub ich. Nichts, wir haben nächste Woche erst die Presseverführung. Aber ich bin auch sehr, 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 sehr. Also, ich sag mal so. Wir empfehlen den. Aber uneingeschränkt. Wunderbar. Gut. Dann haben sie noch Midnight in a Perfect World. Den fand ich von der Idee ganz spannend. Da geht's darum, dass in Manila immer wieder sogenannte Blackouts auftauchen. Das ist ein Philippinen-Schaffel? Ja. Äh, Wurzeln und so. Und man beschreibt es als wäre der Mond gestohlen. Also, es ist totale Finsternissen. Die Leute werden halt total verunsichert durch und drehen halt durch. Und es verschwinden auch immer wieder Menschen während dieser Blackouts. Und jetzt geht's wohl um eine Gruppe Jugendlicher, die während eines Blackouts Unterschlupf in einem Safehouse suchen. Bis auf einen dürfen sie alle rein. Und jetzt muss der eine halt versuchen, während des Blackouts vor dem Haus oder außerhalb des Hauses irgendwie zurechtzukommen, während die anderen feststellen müssen, dass innerhalb des Safehouses wohl auch nicht so alles im Grün ist. Ach, wie geil ist das denn? Und ich fand die Idee, also ich find die Idee cool. Also, ich hoffe, den krieg ich noch irgendwie zu sehen. Ich weiß, Sandro fährt hin zum Schivers. Äh, ich weiß nicht, ob ich's schaff, aber da hab ich auf jeden Fall Bock drauf. Genauso wie auf dem neuen Film von Paul Verhoeven, Benedetta. Äh, eine, ja, eine Nonne, die ziemlich krude und schräge Gewaltfantasien mit Jesus Christus irgendwie haben soll, während sie, oder nachdem sie halt in ein Kloster gekommen ist. Und dort kommt dann noch eine weitere Frau hinzu namens Bartholomea. Und zwischen den beiden soll's wohl funken, was dieses ganze Kloster, oder die ganze Klosterordnung auf den Kopf stellen soll. Und ja, ne, da kommt ein Film von Paul Verhoeven, wir wissen alle, was er gerne macht, provozieren, beziehungsweise herausfordern. Und jetzt halt um zwei Nonnen, oder die lesbische Liebe zwischen zwei Nonnen, Empörung vorprogrammiert, sagt man da, oder hab ich so oft gelesen. Mal gucken. Ich bin gespannt drauf, ich fand Elle fantastisch. Wollte ich grade fragen, hat er da seitdem nichts mehr gemacht? Ich glaub, seitdem hat er nichts mehr gemacht, ja. Okay. Und ich fand Elle wirklich gut, deswegen, ja, bin ich sehr gespannt auf Benedetta. Ja, der auch dort laufen wird. Dann läuft noch A Pure Place, das ist der neue Film von Nikias Chrysos. Der hat unter anderem den Bunker gemacht. Und geht ähnlich schräg ab. Es geht hier um eine Insel, auf der lebt so eine Art, ja, Sektenguru, der sich so zwei Lager hält. Einmal die dreckigen Kinder, die halt Seife herstellen müssen. Und einmal die etwas herangewachsenen oder erwachseneren, reinen, sauberen, weiß ich nicht, deutlich, ja, deutlich bevorzugten Jünger. Und er plant da eine Theaterinszenierung und so weiter und so fort. Das Ganze ist schräg, hat aber einen doch sehr realistischen Kern, denn hiermit arbeitet Herr Chrysos, glaub ich, so sämtliche griechische Geschichte auf und auch ihre Beteiligung am Zweiten Weltkrieg und so weiter und so fort. Und ja, ich bin gespannt drauf. Nikias kommt am 18.11. zu uns in die Sendung und wird ein bisschen was dazu erzählen. Aber er schafft es wieder mal wirklich so bizarre Szenarien irgendwie zu entwickeln, die dann auch leicht schräge Abgangsnote haben, wo ich auch gedacht hab, okay, was will er jetzt damit sagen? Deswegen bin ich sehr gespannt, wenn er hier am 18. bei uns ist. Wollte ich gerade sagen, nach der Bunker hab ich ein bisschen Angst, den zu treffen. Mal gucken, mal gucken. Dann haben sie noch What Josiah Saw. Da geht's wohl um einen Mann, der wohl ziemlich, ja, ziemlich frei von Moral ist. Der lebt mit seinem Sohn, abgeschieden in so einem Haus. Die ganze Stadt ist irgendwie schon deutlich negativ auf ihn eingestellt und keine Ahnung. Und der hat eines Tages wohl so eine Art Erweckungserlebnis und versucht jetzt sowohl sich selbst als auch das Verhältnis zu seiner Familie wieder ins Reine zu bringen. Ich weiß nicht, ich bin gespannt, was es sein wird. Dann haben sie noch The Wolf of Snow Hollow, der neue Film von dem Herren, der Thunder Road gemacht hat, Sean, nee, nicht Sean Cummings, doch Sean Cummings. Jim Cummings. Jim Cummings. Der spielt jetzt auch bei Halloween Kills einen der ersten Polizisten, der umgebracht wird. Und das ist der rechte, ne? Genau, der rechte. Falls du dich an Halloween Kills an den Anfang erinnerst. Ja, ich erinnere mich dran, ja. Und ja, das ist eine Werwolf-Geschichte. Der letzte Film von Robert Foster kennt man halt unvergessen aus Jackie Brown und noch so vielen anderen Filmen. Und ist eine Werwolf-Geschichte, die so wieder ein bisschen auch mit den Thunder Road-Thematiken spielt, dass da halt ein Polizist die Hauptrolle spielt, der eigentlich völlig überfordert ist mit sich und seinem Leben und dann jetzt auch mit der Situation, dass da irgendwelche Leute zusammengeschlitzt werden und keiner ahnt oder keiner weiß, was es jetzt wirklich ist. So, und fand ich gut. Hat mir gefallen. Dann machen unsere lieben Freunde vom Schuhez noch einen Abend mit Wakaliwood. Sagt euch das was? Das sind unsere Freunde aus Afrika und dort wird es unter anderem ein Q&A mit diversen Machern geben. Einer der Macher ist sogar anwesend vor Ort. Ach gut. Und es werden neue Filme gezeigt und es wird einfach mal ein bisschen afrikanisches Action-Kino zelebriert. So, also es soll ein ziemlich verrückter Abend werden. Stefan, der Veranstalter oder einer der Veranstalter, hat mir schon immer wieder erzählt, wenn die die Filme dort gezeigt haben und dann Q&As im Nachgang waren, das waren immer sehr lustige Abende, die halt wirklich länger gingen als eigentlich geplant. Ja. Und ich kann mir vorstellen, dass die jetzt wieder was abfeuern werden, worum es viel zu erzählen gibt. Also deswegen, ja, ich glaube, wer Bock gehabt hat damals, als wir uns hier Crazy World im Telekollektiv oder im Audio-Flick angeguckt haben, der sollte da an der richtigen Adresse sein. So, und dann haben wir noch zwei Filme. Der eine heißt Codename Nagasaki und An Ideal Host. Und zu beiden haben wir eine Art Grußvideo, die würde ich jetzt einmal noch schnell abfeuern. Grüß Gott, Kino Plus und Rocket Beans. Ich bin sehr glücklich zu erwähnen, dass mein Feature Film debut, Codename Nagasaki, wird seinen German premiere auf 29. Oktober auf den Schieber Filmfest in Konstanz. Try to find out jemanden in Japan. Ja, aber welcher Person du findest? Das ist Familie. Das ist mein Mutter. Ich bin 100 von diesen Fällen in zwei Mal im Monat. Das ist etwas, vielleicht 50 Prozent, ist es nicht erfolgreich. Der Kinder, der Mutter, der Vater, der Kinder, der Kinder, der Kinder, der Kinder. Ich werde da in person für Q&A und zusammen können wir hier in person für ein Q&A. Und zusammen können wir endlich mal nach dem Lockdown. Ich hoffe, dass Sie da sehen. Hallo, Kino Plus. Hallo, Rocket Beans. Greetings from Perth, Western Australia. My name is Robert Woods, and I am the director of An Ideal Host, a very silly horror-comedy about a dinner party that goes terribly, terribly wrong. I'm very excited to announce that it's going to have its German premiere as part of Schieber's Film Festival. So it's going to be playing at Zebra Kino in Konstanz and I will be on hand after the screening via the magic of technology to answer any questions you might have. So I hope to see you there. Ja, wunderbar. Ja, geht halt, wie gesagt, so ein Pärchen, laden halt ein paar Leute zu sich ein und die Situation soll gehörig schief gehen. Und flambiert werden, wie man sieht. Ja, mal gucken. Also ich mein, mit so einer Creme Brulee kannst du dir auch ein bisschen was anstellen. Oder beziehungsweise um die herzustellen. Ich bin gespannt, ich bin gespannt. Das ist halt, könnte auch so ein richtig schönes Festival-Ding sein, wo du halt reingehst, Spaß hast und dich am Elend anderer Menschen erfreust. So, ja, und das waren unsere Veranstaltungstipps. Hast du noch was, was du dir beim Fantasy-Filmfest unbedingt auf die Liste gesetzt hast? Also die Empfehlungen, die du gemacht hast, das hörte sich schon sehr, sehr gut an. Ich hab jetzt auf jeden Fall noch mehr Bock. Ja, cool. Auf Kino. Also es gibt natürlich noch eine Menge andere Filme, die da laufen. Ich hab gehört, Sweetie, You Won't Believe It sollen echter Geheimtipps sein. Da geht es, also ich weiß nicht, hast du diesen Why Don't You Just Die gesehen? Mhm. Das war so ein russischer Film aus vor zwei Jahren, glaube ich, wo es halt auch alles in einer Wohnung gespielt hat, wo ein Junge in eine Wohnung kommt, um halt die Tochter eines wirklich fiesen, fetten, alten, knorrigen Russen abzuholen, weil sie nicht mehr da sein möchte. Und es geht komplett schief. Und es wird dann halt so ein Tarantino-eskes Brutalitätsspektakel innerhalb von vier Wänden so, ja. Und dieser Sweetie, You Won't Believe It, der soll so in die ähnliche Richtung gehen. Also schön durchdrehen, schön zitieren und homagieren und, ja, schön viel Spaß bringen. Weil, äh, ob seine kruden ... Oh, jetzt hätte ich beinahe Prämisse. Scheiße. Das hab ich ja gesagt. Und ich hab keinen Kleinkern. Gut, muss ich nachholen. So. Ja, und wie gesagt, guckt gerne ins Programm, guckt auf den Seiten. Wir haben, wie gesagt, einige schon kennengelernt. Medium möchte ich noch mal kurz erwähnen. Durch Sieges und, und, äh, das Flash-Festival, die uns sehr freundlich und nett aufgenommen haben. Vielen Dank noch mal an dieser Stelle. Und ich hoffe, wir werden den ein oder anderen Film hier noch mal aufgreifen, beziehungsweise wir werden noch mal dazu kommen, ein schönes Genre-Gulasch zu machen, wo wir so ein bisschen die Festival-Saison-Revue passieren lassen. Das war's erst mal an Veranstaltungstipps. Wir gehen kurz in die Werbung und melden uns gleich mit den Kinostarts der Woche zurück. Hallo und herzlich willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus mit Antje, Krissi und mir. Und wir sind fast bei den Kinostarts angelangt. Fast. Ich muss vorher noch eine Sache verlosen, aber ich glaub, das ist in eurem Sinne. Denn jetzt kommt gerade oder ist gerade Fast & Furious 9 auf Blu-ray und Mediabook und Steelbook und Gesamtkollektion und so weiter erschienen. Und wir dürfen ein bisschen was verlosen. Wir haben hier ein paar nette Pakete zur Verfügung gestellt bekommen. Unter anderem ... Willst du ihn hervorholen, oder ... Ja, unter anderem gibt's diesen geilen Dodge Charger von Lego Technik. Den Dominic Toretto in einigen Filmen fährt und mein Sohn innerhalb von zwei Abenden jetzt aufgebaut hat, der war so stolz. Der war so stolz. Ist irgendwie auf der Packung steht 10 plus, er ist 7. Hm. Und hat jetzt dieses Lego Technik Set in wirklich Rekordgeschwindigkeit aufgeordnet. Das heißt Rekordgeschwindigkeit ... Naja, der hatte halt nur die Abende irgendwie zur Verfügung. Weil der hat Fußballtraining gehabt und war noch verabredet mit einem Kumpel und so weiter. Und hat nur irgendwie in so zwei, drei Abendstunden da an diesem Gerät gefeilen können. Und hat sich dann auch wirklich gestern Abend noch mal hingesetzt und hat gemeint, ich muss das jetzt fertig bauen. Ich muss das jetzt fertig bauen. Und dann hat sich so viel Mühe gegeben. Ach, befallen die ganzen Details ab. Ja, und ich mein, wenn du die Räder drehst, drehen sich die Kolben, ne? Also, das ist schon ziemlich cool gemacht. Ja, den haben wir ... Den gibt es zweimal zu gewinnen, mitsamt der Blu-Ray zu Fast & Furious 9. Dafür müsst ihr einfach ... Und dann darüber hinaus haben wir noch das Steelbook von Fast & Furious 9. Das könnt ihr mit so einem Kopfhörer-Charger. Oder was ist das, Antje? Kannst du mal kurz den ... Das ist ... Ich hätte ja jetzt auch nicht gewusst, da steht einfach Wireless Charging Pad. Okay, ich glaub, da kann man mehrere Quellen dran anschließen. Das fällt auseinander. Nein, nein, nein! Ja, bei dem Spoiler hatten wir da ... Ihr kriegt einen neuen. Also, nicht den hier, ne? Keine Sorge. Ja, es ist ... Okay, es hält noch. Ja, das ist doch Qualität. Es wird im Laufe des Films abfallen. Ja, ey, er ist sieben. Bitte. Don't judge too hard. Ja, auf jeden Fall, das könnt ihr gewinnen. Und halt der Steelbook und diesen Charger zu Fast & Furious 9. Was ist das denn, dieses Pad? Damit kann man, glaub ich, Sachen aufladen? Ja, ja. Das wäre ... Mit dem Handy anscheinend. Ach so, okay. Also eine Powerbank. Ach, du legst es nur drauf. Ja. Es ist ... Ah, nicht schlecht. Okay, da legt man sein Handy drauf und es wird geladen. Okay. Nicht. Ich dachte, man muss noch ein Kabel mit reinstecken. Aber gut, offensichtlich ... Ich dachte, so was heißt Powerbank. Ja, es ist vielleicht eine Powerbank, die jetzt halt durch den Dodge Charger oder eben Fast & Furious dann eben diesen neuen Verkaufstitel bekommen hat. Okay. Und alles, was ihr dafür machen müsst, ihr müsst auf folgende Links klicken mit dem Stichwort Diesel und Diesel bleib frei. Ich weiß nicht, haben wir sie schon eingeblendet? Ja. Haben wir sie schon eingeblendet? Okay. Gut, soviel dazu. Und ja, wenn ihr Bock habt auf Fast & Furious oder eben auf eine schöne Bastelarbeit. Also mein Sohn hat gemeint, das macht richtig viel Spaß. Und der hat bisher noch nicht wirklich viel Lego-Technik gebaut. Deswegen, ähm, fühlt euch frei und klickt auf den Link. So, und damit wären wir endlich bei den Kinostarts für diese Woche. Bis zum nächsten Mal. Klappst du? Wie bitte? Lecker. Annabelle hat, glaub ich, richtig viel Spaß an dem Ding gehabt, weil sie gemeint hat, oh, da kann man so viele geile Bilder gegenüberstellen. Ja, also, wir haben eine Menge vor, wir haben eine Menge Programm. Hoffentlich kriegen wir das alles irgendwie unter. Ja, wir müssen noch einmal auf den Film von letzter Woche eingehen, oder? Last Duel. Also, wenn ihr die Möglichkeit habt, und das ist leider gerade nicht so wirklich gegeben, selbst hier in Hamburg, gibt's nur ein Kino, das diesen Film zeigt. Wie kommt das denn? Weiß ich nicht. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ich versteh's auch nicht, weil ich fand den Film gut, ja. Es geht um, wie soll man sagen, es geht um zwei Ritter, die sich nach und nach aufgrund von Gunst und Missgunst eine gewisse Realität aufbauen. Und der eine, Le Gris. Wie soll ich das jetzt sagen? Naja, beide entwickeln sich im Laufe des Films in unterschiedliche Klientelreihen, würde ich sagen. Also, der eine, Le Gris, gespielt von Adam Driver, gehört eher zu den, ich sag mal, klügeren und mehr Geld habenden Vertretern. Während die Figur von Matt Damon, deren Name wie ist? Karouche. Genau, er ist, ja, ein zur damaligen Zeit, ich würd's halt einfach ... Ein Dritter. Er ist ein berittender Soldat, der regelmäßig in Schlachten fährt, hätte ich was gesagt. Nein. Reitet und mit viel Glück dann immer wieder zurückkommt. Und die beiden waren mal befreundet, so zeigt, oder zumindest, die standen sich mal näher, als sie dann sich im Laufe des Films auseinanderentwickeln, weil sie eben, ja, ich glaub, es hat irgendwie auch was mit Geld zu tun, dass ja Le Gris ein Steuereintreiber irgendwie auch ist und dann das Geld von seinem eigentlich Kumpel haben möchte. Und dadurch entwickeln sie sich so ein bisschen auseinander. Und hinzu kommt, dass Jean de Carouche irgendwann halt diese Dame heiratet und als Mitgift eigentlich ein Stück Land bekommen sollte, dass irgendwann Le Gris zugesprochen wird. Weil er eben halt deutlich höher in der Gunst eines gewissen Grafen steht. Graf Pierre, gespielt von Ben Affleck. Und das führt halt zu weiteren Spannungen. Und irgendwann kommt halt Jean de Carouche von einem Feldzug nach Hause und seine Frau offenbart ihm, dass sie vergewaltigt wurde. Von eben Le Gris. Genau, was Jean de Carouche nicht mitbekommen hat, weil er war ja eben auf dem Feldzug. Und trotzdem handelt das erste Drittel ... Oder der Film ist in drei Drittel aufgeteilt, in drei verschiedene Kapitel. Erstes aus der Perspektive von Matt Damon, zweites aus der Perspektive von Adam Driver, drittes aus der Perspektive der Darstellerin ... Jolie Kummer. Genau, die man unter anderem kürzlich noch in Free Guy gesehen hat. Und alle Kapitel erzählen komplett aus der subjektiven Perspektive dieses Ereignis, der, wie Ridley Scott sehr, sehr früh erklärt, nicht vermeintlichen Vergewaltigung, sondern Vergewaltigung. Und ja, erstes Kapitel befindet sich oder spielt hauptsächlich im Dunstkreis von Jean de Carouche, also auf den Schlachtfelden, fernab von seiner Heimat, fernab von seiner Frau. Ähm, und endet dann damit, dass er von seiner Frau eben erfährt, ich bin vergewaltigt worden. Umschnitt, Geschichte aus der Perspektive des Vergewaltigers. Umschnitt, ihre Perspektive. Genau. Jetzt hab ich das, glaub ich, zweimal gesagt. Eingerahmt von eben diesem letzten Duell, denn darauf läuft dieser Film hinaus, dass Jean de Carouche die Ehre seiner Frau, oder halt vor allem seine Ehre, in Form eines letzten Duells oder eines Duells genehmigt vom König, gegen Le Gris verteidigen möchte. Und das ist so die Rahmenhandlung dessen. Und ich muss sagen, der Film, es tut mir so leid für diesen Film, der hat 100 Millionen Dollar gekostet, er wird kaum beworben, er läuft in kaum Kinos, wurde jetzt irgendwie als totaler Flop bezeichnet und das hat er meiner Ansicht nach nicht verdient. Denn die Geschichte ist cool. Ja, sie mag ein wenig zu lang sein, aber das hat mich im Laufe des Films nicht gestört, weil zwischendurch werden Leute mit Kettenhemden blutig geboxt und es ist alles wirklich traumhaft anzusehen. Und ich fand halt eben diese ganzen Sätze, diese ganzen Ansichten, diese ganzen Mechanismen, die dort in diesem frühen Jahrhundert gezeigt werden, ja, findest du heutzutage immer noch. Ja, ich find langsames Erzählen generell schön. Ich weiß nicht, ob ihr Burning gesehen habt. Ja. Der lässt sich sehr viel Zeit und ich find, das macht so die Tiefe eines Films aus und ich find's dann auch schade, wenn das Sehverhalten irgendwie so ist, grad wenn man ins Kino geht, dass es so flottflott sein muss, weil wenn nicht grade was explodiert, dann passiert auch nix und dann langweile ich mich und die reden ja nur. Gute Dialoge sind schon mit das Wichtigste für mich persönlich. Ja, ich weiß nicht, ob die... Weil das die Beziehungen ja auch beschreibt und darstellt. Ja, vor allem, weil's halt auch grade mit der Art und Weise, wie hier immer wieder miteinander geredet wird, da wird ja immer viel um den Brei rumgeredet, ne, und freundlich irgendwie formuliert und eloquent irgendwie fabuliert. Aber im Endeffekt sagt man dir eigentlich ins Gesicht, was du für ein Depp bist, oder beziehungsweise, dass ich dich nicht leiden kann. Und diese ganze Hinterfotzigkeit, die Hinterfotzigkeit, aber auch die Selbstverständlichkeit, mit der die da halt irgendwie, ja, erzählen, handeln und dann irgendwie auch Schlussfolgerungen ziehen, ist schon kein, sag ich mal, rühmliches Bild für den Mann. Also, äh, das ist ... Man merkt halt, dass die halt alle, ja, in ihren Denkweisen, in ihren Klassen, in ihren Rängen, in ihrem Stolz so von sich eingenommen sind oder von all dem so diktiert werden, dass sie nicht einen klaren Gedanken fassen. Und das ist halt schon ... Und gerade in der letzten Episode, wenn halt die Sicht von Jodie Comer gezeigt wird, das ist halt wirklich beschämt. Also, wirklich ist es beschämt. Aber trotzdem fand ich das alles gut. Also, wirklich, ich würd den Film gerne empfehlen. Ich würd gerne sagen, geht irgendwie so oft es geht. Oder wenn es euch möglich ist in diesem Film. Aber es ist halt leider nicht so möglich gerade. Vielleicht grade starke Konkurrenz auch am Start. Das ist, glaub ich, halt ein großes Problem für diesen Film, dass der halt mit Bond und jetzt noch Wüstenplanet, dass der da halt in diesem Umfeld irgendwie startet. Und jetzt kommt schon wieder Halloween Kills und Carnage. Ja, also, er hat's leider ... Ja, er hat keinen glücklichen Start bekommen oder keinen glücklichen Platz bekommen. Vielleicht kann's auch sein, dass der dann irgendwie auf Streamingdiensten noch mal groß beworben werden soll oder dass das irgendwie ein Werbe- oder Lockmittel für den Streamingdienst sein wird. Aber das weiß ich nicht. Also, ich fand's halt nur erstaunlich, dass der grade in einem Kino hier in Hamburg gezeigt wird. Ja, ich find's auch schade. Und das kann ich ganz gar nicht glauben, nur ein Kino in Hamburg. Unglaublich. Beim Namen Ridley Scott, der ja tatsächlich, obwohl es ein sehr erzählerisch getriebener Film ist, löst er ja voll ein, was man von seinem Namen Ridley Scott erwartet. Und das mag ich hier halt, dass er im Erzählen so intim und so detailliert ist. Weil wenn man hört, es ist eine Geschichte aus drei verschiedenen Perspektiven. Das klingt immer erst mal nach, okay, jedes Kapitel ist auch komplett anders inszeniert, hat eine andere Stimmung. Das war eine Sache, die fand ich zuerst ein bisschen schade, weil eigentlich verlässt er sich ja gar nicht auf die komplett unterschiedlichen Sichtweisen, sondern er zeigt, es gibt ganz viele Überschneidungen, aber in ganz vielen kleinen Details. Es gibt zum Beispiel eine Szene von einem Kuss. Früher hat man sich offenbar aus Höflichkeitsgründen halt einfach auf den Mund geküsst zur Begrüßung. Und diese Kussszene wird aus allen drei Perspektiven erzählt. Aus Jean-Luc Arouge, der sieht, wie seine Frau seinen ehemaligen besten Freund auf den Mund küsst als höfliche Geste und misst er auch nicht mehr bei als einfach eine höfliche Geste. Da ist kein Eifersuchtsding und gar nichts drin. Dann sieht man diesen Kuss aus der Sicht von Adam Driver, der sie halt schon aktiv küsst mit ... Ja, man hat so den Eindruck, er reagiert auf das, was sie macht. Und dann sieht man das Ganze aus der Perspektive von Jodie Comer. Und die lässt halt durchblicken, das ist total unangenehm. Und das sind aber wirklich so kleine Sachen, die sich dann hier in der Wahrnehmung ändern. Und das ist jetzt nicht großartig irgendwie ... Da haben sich Szenen komplett anders zugeschrieben, sondern es geht halt wirklich um Nuancen oder auch wie oft hat sie gesagt, sie möchte das nicht. Oder wie nachdrücklich war Jean-Luc Arouge, als er nachdem sie ... Oder wie hilfsbereit war er, nachdem sie ihm erzählt hat, dass sie vergewaltigt wurde. Das sind so Kleinigkeiten. Und da ist er eigentlich viel smarter, als man's dann vielleicht denkt, wenn man ihm die sehr brutalen Schlachtszenen gegenüberstellt. Ich find's total spannend, da zu sehen, wie der Film auf der Erzählebene genau das liefert, was er aber auch wiederum auf der Inszenierungsebene liefert und bei beidem überzeugen kann. Und ich dachte im Nachhinein, das ist eigentlich viel besser so, als jetzt total plakativ zu zeigen, jeder hat eine andere Sichtweise. Aber in vielen Dingen überschneiden die sich. Das ist ja die gleiche Welt, in der sie leben. Das sind halt die Kleinigkeiten. Die sich halt verhängnisvoll und verheerend machen. Also wirklich, ey, guckt ihn euch an, wenn ihr die Möglichkeit habt. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ja, ein großartiger Cast. Ja, und es ist halt auch so ein bisschen dann traurig, weil was sind das dann für Signale, die angesetzt werden? Ein Film, der 100 Mio. Dollar kostet, mit so einem Cast, der sich Mühe gibt, diese Zeit zu rekonstruieren, und keinen interessiert sie. Aber klar kann's keinen interessieren, wenn man halt nur ein Kino zur Verfügung hat. Oder halt, wenn die Kopien gar nicht erst angeboten werden. Und das dann irgendwie als Flop zu betiteln, ist so echt unfair. Ja, total. Ist echt unfair. Naja, gut. Können wir jetzt halt leider nicht dran erinnern, außer darauf hinweisen, Besuchten zu gucken. Ja, was können wir kurz abhandeln? Cry Macho kommt heute ins Kino. Der letzte Film von und mit Clint Eastwood. Es geht darum, dass er einen Jungen aus Mexiko holen soll für seinen ehemaligen Arbeitgeber, weil er ihm noch was schuldet. Und der Junge soll wohl ein richtiges Problemkind sein. Und ja, trotzdem schafft es, wie heißt der, Milo? Zumindest der Nachname heißt Milo. Mike Milo heißt der, genau. Schafft es dann, diesen Jungen ausfindig zu machen und ihn von seiner Mutter sogar loszueisen. Und dann tritt er mit ihm halt die Reise von Mexiko zurück nach Amerika an. Und ja, das ist so ein bisschen das, was man dann von einem Clint Eastwood-Film erwartet. Die beiden kommen sich näher, die beiden irgendwie verstehen ihre Standpunkte und freuen sich halt irgendwann an. Und diesen Roadtrip, das ist halt so ein bisschen das, was Eastwood da noch mal macht. Hätte man auch mit Liam Neeson inszenieren können. Ja, aber der hätte dann wahrscheinlich den einen oder anderen noch umgebracht. Ja, ja, ich weiß. Aber ich stell mir halt den Plot gerade vor mit Liam Neeson. Man hat diesen Plot und hat dann aber auf der anderen Seite, wir müssen aber noch einen Liam Neeson-Film dieses Jahr ins Kino bringen. Deswegen packen wir da noch eine Schießerei ein und da noch eine Schießerei. Und die Beweggründe, warum er diesen Jungen holen muss, die müssen auch brutaler Natur sein. Und schwupp hat man zum Beispiel The Marksman. So haben wir den Film auch noch untergebracht, wo wir im Vorfeld nämlich überlegt haben, ob wir ihn hier als Dile-Shirt-VD oder als VOD starten. Aber der hat ja auch noch Ice Road am Start. Liam Neeson kann sich nicht beschweren. Ey, ich kann dem Film nicht wirklich böse sein. Ich fand ihn ein bisschen langsam, aber das ist auch in Ordnung. Dafür, dass hier halt ein fast 90-Jähriger oder ... Nee, 91 ist er. Krass, oder? Dass der halt da unterwegs ist und halt eben nicht mehr der agilste Typ ist. Ich muss leider sagen, dass der junge Hauptdarsteller, der hier den mexikanischen Jungen spielt, dass ich den nicht wirklich gut fand. Dem wird ein bisschen zu viel zugemutet. Und ja, wenn man's vielleicht jetzt hier im Hintergrund gesehen hat, Clint Eastwood, der halt dann sich noch irgendeinen Faustkampf liefert, ist dann auch nicht ganz so glaubwürdig. Und es wird sogar schon fast zur Karikatur, wenn dann gleich zwei Frauen versuchen, ihn ins Bett zu kriegen. Beziehungsweise eine, die Mutter von dem Jungen, halt so wirklich, ne. Sie ist halt, sie ist erkennbar, 40 Jahre jünger als er. Und sie will ihn so aufs Bett lotsen und klopft dann hier so hin. Und das wirkt halt einfach nicht mehr bei diesem Clint Eastwood. Also es tut mir leid. Auch wenn ich ihm diese Szenen irgendwie gönne, es ist sein Film, er kann machen, was er möchte. Aber damit tut er sich meiner Ansicht nach keinen Gefallen. Aber die Geschichte find ich eigentlich ganz nett, weil Eastwood jetzt hier nicht mehr so systemkritisch ist, sondern eher guckt, wo liegen die Probleme, ja, in der Familie. Wie schwierig kann Familie halt sein und wie schwer kommt man aus so einer Familie raus? Oder versucht man, sich von so einer Familie zu befreien? Und das fand ich halt als so, ja, vielleicht letztes Werk. Vom Thema her ganz cool. Basiert auf einer Romanvorlage, die schon ziemlich alt sein soll. Spielt dann auch im Jahr 1977, glaub ich. Und, ähm, ist ein Spätwerk halt einfach. Ist doch eine Reflexion vom Männerbild, oder? Das wollte ich grade fragen, weil der Titel klingt irgendwie so eine Dekonstruktion. Er sagt halt, ey, also, das fand ich auch, das hab ich gelesen hier von dem, äh, Kritiker Willems, Patrick Willems, der hat's so schön auf den Punkt gemacht, äh, gebracht. Er sagt halt, äh, das ist eigentlich ganz cool, dass hier Clint Eastwood die Frage aufbringt oder beziehungsweise die These ausspielt, ähm, du musst kein Macho sein, wenn du ein netter Mann sein kannst, so, ja. Und das, das fand ich, äh, das merkt man hier auch, weil die Figur von Clint Eastwood, die halt, die reflektiert auch insofern, dass sie sagt, ja, was hat mir der ganze Bullshit im wahrsten Sinne des Wortes eigentlich gebracht? So. Und irgendwann bist du halt so alt, dass du feststellst, dass du gar nicht alle Antworten auf irgendwas hast. Aber dann bist du halt schon zu alt, um irgendwas dagegen zu unternehmen. Ja, und, ähm, der hat sich da ganz gut mit seiner Rolle abgefunden. Und wie gesagt, mir hat's eigentlich ganz gut gefallen, dass er nicht mehr dieser Knorrige, der noch mal irgendwie die Wunden so ein bisschen auch noch provokant in die Wunden legen rein muss, äh, die Finger provokant in die Wunden reinlegen muss, äh, sondern halt eher gemächlich vonstatten geht. Und das auch eher dezent anklingen lässt, ja, anklingen lässt. Und vor allem, was er mit dem Hahn macht, das find ich auch sehr erstaunlich, weil er, äh, wird bestimmt auch in seiner langjährigen Karriere erfahren haben, wie schwierig es ist, mit Tieren zu drehen. Und er macht mit diesem Hahn da schon so ein paar Szenen, das fand ich schon erstaunlich. Aber, ja, es ist halt alles ein bisschen langsam, ein bisschen low, ein bisschen auch einfach ausformuliert von den Weisheiten, die er so da präsentiert. Ja. Muss man Lust drauf haben. Wo du meintest, er wirkt im Film nicht mehr so fit. Eine Freundin von mir hat mit ihm zusammengearbeitet und die meinte, dass der trotz Dreharbeiten auch jeden Tag Sport gemacht hat. Du, glaub ich, aber er ist natürlich 90 Jahre, ne? Die Haut ist dünn, so, es ist wirklich, es ist wie Papier fast schon auf seinem Gesicht drauf. Und dem nehm ich jetzt nicht mehr so wirklich die Potenz im Bett ab. Äh, beziehungsweise die, die Lust der, der Frau, die da ihn unbedingt ins Bett kriegen will. Vor allem auch noch, und das erkennt man am Anfang nicht so, beziehungsweise, äh, das erkennt man nicht so richtig. Ich hab mich gewundert, macht sie das jetzt im Beisein ihrer Bodyguards? Also, dass sie halt ihn wirklich aufs Bett lockt und dann halt auch am Ende, wenn's gut läuft, Sex mit ihm im Bett hat. Also, macht sie das im Beisein ihrer Bodyguards? Aber dann hat man irgendwann festgestellt, okay, die sind rausgegangen und kommen dann halt irgendwann schnell wieder. Ja, aber that's it, was ich zu Cry Macho sagen kann. So, dann haben wir noch, das können wir, glaub ich, auch schnell abhaken, Es gibt zwei Anime-limitierte Premieren. Der eine ist, oder, ja doch, der eine ist Digimon Adventure Last Evolution Kizuna. Ist jemand von euch mit Digimon bewandert? Nee, Pokémon hatte ich noch so, da war ich noch mit am Start, aber Digimon, dann war ich, das war dann nicht mehr meine Generation. Ich kann ja mal kurz die Inhaltsangabe vorlesen. Ich krieg das nicht zusammen. Das ist für mich leider ein viel zu fernabes Buch mit sieben Siegeln. Die Digi-Ritter sind mittlerweile erwachsen geworden und müssen eine traurige Nachricht verarbeiten. Sie erfahren, dass die in ihren Digi-weißes, innenwohnende Kraft schwindet und mit dem Ende ihrer Kindheit auch die Partnerschaft mit ihren Digimon enden wird. Also, das heißt, je älter sie werden, umso weniger Bindung haben sie zu ihren Monstern. Als ob das nicht schon genug wäre, erscheint aus dem Nichts das mächtige Digimon Eosmon und raubt Digi-Rittern auf der ganzen Welt das Bewusstsein. Tai, seine Freunde und ihre Digimon wissen, dass jede Digitation und jeder Kampf ihre gemeinsame Zeit weiter verkürzen wird. Doch es liegt an ihnen, ein letztes Mal zusammen zu kämpfen, um die Welt einmal mehr von dem Bösen zu bewahren. Das hört sich cool an. Erwachsen werden in der Digi-Welt. Ja. So, und jetzt haben wir unseren lieben, guten Kollegen Alvin. Alvin, der hat ein bisschen was, der hat eine kleine Anmerkung dazu. Denn der hat das schon gesehen und war relativ angetan. Alvin, bring's auf den Punkt. Na, was heißt hier, ich hab eine Anmerkung. Also, von meiner Seite gibt's auf jeden Fall eine Empfehlung. Es ist ein ... Ah, ah, hallo. Ja, von meiner Seite aus gibt's eine Empfehlung. Es ist echt ein sehr schöner und sehr würdiger Abschluss der Ursprungsserie, also der ersten beiden Staffeln. Man braucht auch nicht mehr zu gucken und zu kennen. Und wenn ihr den auf Deutsch guckt, dann werdet ihr auch noch erfreut feststellen, dass sie fast alle deutschen Stimmen von damals aufgetrieben bekommen haben. Was halt auch noch mal so einen schönen Nostalgie-Faktor dem Ganzen gibt. Ja. Wunderbar. Vielen Dank an Alvin aus der Regie und an Paul für dieses wundervolle Umschalten. Und Wurder, den Ball kann ich direkt aufgreifen mit den alten Synchronsprechern. Die haben sie auch für Lupin, der dritte The First, wieder rangeholt. Das ist das erste 3D-Animationsabenteuer des berühmten Meisterdiebs, den's schon seit 1967 gibt. Ja, der über, ja, oder rund 34 Filme hervorgebracht hat. Musicals, Soundtracks, Videospiele, Animes, also Mangas. Und, äh, ja, Direct-to-DVD-Produktionen und so weiter und so fort. Und jetzt kommt halt der erste computeranimierte Film. Und ich find ihn herrlich. Ich hab ihn jetzt schon dreimal gesehen. Die Stimmen, die deutschen Synchronstimmen, sind jetzt auch in der deutschen Fassung, die hab ich jetzt zuletzt gesehen, wieder identisch. Es geht darum, dass, ja, Lupin ist auf der Jagd nach einem Tagebuch eines Wissenschaftlers namens Bresson. Auf dieses Tagebuch haben es auch noch, ja, eine finstere Schar von Nazis. Die sogenannte Organisation Ahnenerbe abgesehen. Und alle jagen hinter diesem Tagebuch her. Und eine junge Frau namens Letizia steckt auch noch mitten zwischen den Fronten. Und jetzt muss halt Lupin herausfinden, was sich zum einen in diesem Tagebuch befindet. Und zum anderen, ja, verhindern, dass die Nazis das nicht in ihre Finger bekommen. Denn das soll halt schon ein unermesslicher Schatz oder eben eine unermessliche Macht sein. Das weiß man noch nicht so genau. Und dadurch entspinnt halt, ey, das klassische Abenteuer. Also wirklich, Indiana Jones, Tim und Struppi lassen alle grüßen. Ich finde, es ist so ein bisschen Kombination aus dem Tim und Struppi-Animationsfilm von Spielberg und Peter Jackson und eben halt so den schönen japanischen Zeichentrick-Abenteuern von Lupin. Ich hab's genossen. Ich fand's toll. Es ist ... Man muss sich an diesen Look ein bisschen gewöhnen. Das wär immer eine Frage gewesen. Du musst dich an den Look so ein bisschen gewöhnen, weil zum Beispiel sein Jackett, was ja offensichtlich eigentlich immer ein Jackett war, das hat jetzt so einen leichten Leder, so einen glänzenden Lederlook. Das wirkt halt alles immer so ein bisschen Leder an ihm. Aber Goemon und Jigen und auch Fujiko, die sind halt alle relativ normal. Es ist halt schon ein bisschen befremdlich, aber man gewöhnt sich dran. Und ich finde trotzdem, schaffen sie es, diese Charakteristika, diese, ja, die Figurenzeichnung, schaffen sie es trotzdem auch in das 3D-Modell zu übertragen. Also hat mir in allem echt gut gefallen. Es ist so richtig schönes, ich mach mir keine Gedanken über die Konsequenzen, Abenteuer. Und ich stürz mich da einfach rein. Und wer keinen Spaß am Tiefstall hat, der soll's am besten lassen. Also fand ich gut. Und das Schöne ist, dieser Film vermittelt dann auch nicht unbedingt den Eindruck, als müsste man schon so viel kennen, sondern macht eher Neugier drauf, noch weitere Abenteuer mit ihm kennenzulernen. Und also man hat halt nicht so das Gefühl, dass man irgendwie wie der Dummdepp da steht, der irgendwie nicht versteht, warum die beiden sich jetzt die ganze Zeit kabbeln oder was das Problem zwischen denen ist und so weiter und so fort. Und das hat mir auch noch mal zusätzlich sehr gut gefallen. Also man muss da keine Vorgänger gesehen haben, meinst du so? Es ist das erste Abenteuer von ihm. Ah, okay. Also wirklich, musst du nichts vorher wissen. Du kannst aber wissen, dass das halt schon irgendwie, also es sind halt Kumpel und das merkt man halt an der Chemie, die ausgespielt wird. Aber ansonsten brauchst du eigentlich nicht so großartiges Wissen. Es funktioniert auch alles so. Okay. Ich habe eine Frage. Ja. Im Trailer stand auf den Spuren von Lupin I. Genau. Das ist jetzt Lupin III. Ja. Was ist denn mit Lupin II. passiert? Das erfährst du in einem der 34 Filme, die es davor gibt. Ah, okay. Es gibt ihn, aber er wird nicht totgeschwiegen. Er wird nicht totgeschwiegen. Also man sagt halt schon ständig, dass der, es geht natürlich um den großen Großvater, den Meisterdieb. Aber soweit ich weiß, gibt es in dem einen oder anderen Film, wird auch auf den Vater hingegangen. Okay. Ja. Gut, dann wären wir bei einer weiteren Comicverfilmung. Venom 2. Let There Be Carnage. Und ich bin jetzt vollkommen raus, denn während der Film in der Presseverführung gezeigt wurde, äh, gezeigt wurde, war ich im Urlaub. Hab ihn also nicht sehen können. Und ich erlasse es euch beiden. Das fällt. Worum geht's? Möcht ich gern wissen. Ja, es geht um Eddie Brooke, der sich nunmehr nach dem letzten Venom-Film 2018, glaub ich, damit arrangiert hat, dass er halt Venom in sich trägt. Diesen Alien-Parasiten, mit dem er jetzt, wie man im Schwellen sehen kann, ja, fast schon so ein altes Ehepaardasein irgendwie führt. Also halt ein klassisches WG-Leben. Und, ähm, er lernt dann im Zuge seiner Recherchen für, weil er ja nach wie vor als Journalist arbeitet, lernt er den, ja, wie heißt er denn jetzt, von Woody Harrelson gespielten Schurkenkennen. Ach so. Ähm, da jetzt im Bild zu sehen. Kletus Cassidy. Cassidy, genau, ja. Ein verurteilter Serienkiller. Und während dieses Zusammentreffens kommt es zu einem Vorfall. Und auf einmal haben wir nicht mehr nur Kletus Cassidy, sondern auch Carnage als neue Schurkenfigur. Und ich glaube, das war's. Ich glaube, das sollte man als rudimentäre Story-Zusammenfassung stehen lassen, oder? Oder wird's? Ja, es gibt auch noch eine, ähm, Willenromanze, ne? So, ist eigentlich, äh, auch so ziemlich wichtig inhaltlich, diese, äh, Beziehung zwischen den zwei, äh, Antagonisten. Genau, weil sie gibt, diese ganze amoröse Story gibt ihm halt seinen Antrieb, so mehr oder weniger, ja. Also so steigt man ja auch dann in den Film ein. Das ist die Dame, äh, das ist die von Naomi Harris. Naomi Harris, genau, da hat man sie grad gesehen. Ja, er schweigt. Warum? Du kannst gern, der hat ja gefallen. Ja, also ich muss sagen, ich verstehe total, woran man den auszählen kann. Also zum einen, er ist halt freigegeben ab zwölf mittlerweile. Er hatte ursprünglich mal die Ankündigung ab 16. Nein, er ist tatsächlich ab zwölf. Und das macht auch meiner Ansicht nach total Sinn. Also ich hab ein paar Statements bei Twitter gelesen, wo Leute gesagt haben, wie kann die FSK den Film allen Ernstes ab zwölf regeben? Ja, was passiert denn da? Also es macht total Sinn, dass der ab zwölf ist, weil das ist nicht wesentlich brutaler als ein klassischer Marvel-Film. Man hat auch das Gefühl, es wird sehr hart weggecuttet. Genau, ja. Und, ähm, äh, äh, der Trailer macht ja Lust auf so, also ... Auf Gemetzel halt. Gemetzel, genau. Das Gemetzel sieht man irgendwie nicht so wirklich, finde ich. Weil in diesen, ähm, Szenen, wo man Gemetzel sehen könnte, so sehr explizit, wird's hart weggeschnitten. Ja, also es sieht auch so aus, als wäre da Material vorhanden, das eine blutigere Variante rechtfertigen könnte. Aber die ist es halt nun mal nicht geworden. Hätte ich gern gesehen. Dann kommt dazu, ähm, dass die Figur Venom halt komplett jede, und das war ja auch schon an Teil 1 ein großer Kritikpunkt, da ist halt überhaupt keine Komplexität mehr da im Charakter. Also wir haben Venom jetzt halt mehr oder weniger als Sidekick. Als Comedy-Sidekick. Da ist keine ... Ich würd mich fast weigern, Venom als Anti-Helden, geschweige denn irgendwie Schurkenfigur nach diesem Film noch zu bezeichnen. Denn sie ist halt der Sidekick von Eddie Brooke. Und dient halt vorwiegend als, ja, als Stichwortgeber für halt Gags und für One-Liner. Und jetzt muss ich aber sagen, das sind alles wirklich negative Aspekte, auch noch mit einbezogen, wie ich finde, eine sehr schwache Schurkenzeichnung. Ja, das ist, finde ich, die größte Schurken. In dem Moment, wo im Grunde der Plot losgeht, lässt der Film total nach. Aber, und jetzt kommt, und jetzt möchte ich mich ausholen zu meiner Sympathie für den Film. Denn ich war ja jemand, ich mochte an Venom 1 im Grunde alles, was mit Tom Hardy zu tun hat. Und selbst, wer den ersten Venom nicht mochte, oder auch jetzt den zweiten, wir sind uns ja, glaube ich, alle einig, Tom Hardy ist in der Rolle super. Und das macht total Spaß. Und die erste Hälfte des Films besteht eben nun mal nur gefühlt daraus, dass Venom und Eddie Brooke sich miteinander kabbeln. Und ja, es ist total blöd, wenn bei einem Film, wenn die Story anfängt, der Film schlecht wird. Aber ich hab viel mehr Spaß aus den ersten 30, 40 Minuten gezogen, wo eine Story noch überhaupt nicht vorhanden ist, als dass ich mich über alles geärgert hab, was eine Geschichte erzählt. Und ich glaube, es ist auch so ein bisschen der Erwartungshaltung dann geschuldet. Er macht noch viel mehr das, was wir im ersten gesehen haben. Und zelebriert halt eben dieses ... Da sind zwei Typen, die sich eigentlich nicht ausstehen können, aber mittlerweile wissen sie, dass sie nicht ohneinander können, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das ballern wir jetzt ab in der ersten halben Dreiviertelstunde. Und das war für mich dann fein. Und für mich hat die erste Dreiviertelstunde viel mehr nachgewirkt, als die wirklich sehr, sehr schwache zweite Hälfte des Films. Weil das war mir dann tatsächlich so gesehen egal. Ich sehe, was man an dem Film furchtbar finden kann. Und ich sag ja noch nicht mal, dass die Sachen, die furchtbar sind, dass ich die nicht so sehe. Ja, ich sehe alles, was du gleich sagen wirst, was dir an dem Film nicht gefallen wird. Das seh ich auch. Hast du ja schon vorweggenommen. Das seh ich auch. Aber für mich passte wirklich so sehr die erste ... Ich nenn's jetzt einfach mal die erste Hälfte. Die passte für mich so sehr. Und die hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich dann gesagt hab, komm, dann nehm ich auch die grottige zweite Hälfte in Kauf. Und ich glaub, wenn man da mit dieser Erwartungshaltung rangeht, wenn man sagt, was ich am ersten Venom mochte, war der Humor, den kriegt man im zweiten Teil noch mehr. Wer aber schon gesagt hat, ey, mir ist schon die verweichlichte Charakterzeichnung vom ersten Venom im ersten Venom auf den Geist gegangen, dann sollte man sich den zweiten überhaupt nicht angucken. Weil dann geht man erst recht wütend aus dem Kinosaal. Das Gleiche trifft auf den Mangel an Gewalt zu. Wer sagt, ich möchte meinen Venom, beziehungsweise meinen Carnage halt mit Blut, der wird hier auch nicht glücklich werden. Aber wer sagt, ich möchte ein spaßiges Tom-Hardy-Vehikel sehen, der soll sich den Film angucken und freut sich dann so wie ich. Und außerdem ist der Titelsong wieder von Eminem. Und jetzt sind wir fertig. Ich kann aber auch absolut verstehen, was du sagst. Weil ich bin jetzt nicht großer Venom-Fan und hatte auch jetzt keine großen Erwartungen an diesen Film. Hab mich aber in der ersten Hälfte auch gut unterhalten gefühlt. Und ich find auch, dass die Stärke des Films der Humor, der ja sehr, sehr präsent ist. Und der wortwörtliche innere Konflikt ist schon unterhaltsam und sympathisch. Und das mochte ich an dem Film auch. Aber so das Gesamtwerk bei der Einführungsszene war ich schon raus, weil das so kitschig runtergerattert war, die Backstory von den Bösewichten. Und das find ich so schade, weil gerade so ein Film, wo dann Woody Harrelson den Bösewicht spielt, dann denkt man so, oh ja, hat man voll Bock drauf. Und dann ist es aber nicht genug. Und so flach, wie es geschrieben ist, da können selbst die großartigen Schauspieler da nicht mehr so mehr rausholen. Und das nimmt halt die Spannung gerade für den Showdown. Weil eigentlich hat das ja einen ganz interessanten Konflikt, das Pärchen. Weil ihre Superkraft kann sie ja bei dem Carnage nicht ausüben. Und das an sich ist ja eigentlich total spannend, aber total verschenkt. Weil irgendwie interessiert's einem am Ende nicht mehr. Und ich fand's jetzt auch irritierend, jetzt rein technisch gesehen, dass so das VFX-Niveau so schwankt. Also jetzt im Showdown auch. Der ist so mega flach ausgeleuchtet. Und der Carnage, und es sah dann gar nicht mehr so geil aus, wie hätte man vielleicht noch was am Grading machen können oder so. Ah, da kommt sie aber jetzt ziehen. Also wenn schon, denn schon. Ja, da bin ich so ein bisschen sensibel. Aber wenn schon hart weggecuttet wird, dann soll wenigstens das, was man sieht, richtig reinballern. Und hat's für mich dann auch nicht. Aber vor allen Dingen, ja, die Antagonisten, ne? Die, finde ich, waren leider so die Schwachstelle. Und davon hängt halt so ein Superheldenfilm, die die Spannung voll hängt voll davon ab. Ja, und dann kommt halt noch hinzu, und da können wir auch wieder zurück zum ersten gucken. Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich fand jetzt, Vandam 1 war nicht der ästhetischste Marvel-Superheldenfilm. Dieses CGI-Klumpen-Matschfinale. Und das ist halt hier wieder genauso. Und da denke ich mir, man hat doch jemanden wie Andy Serkis auf dem Regiestuhl. Also warum hat man, also der hat ja wirklich Ahnung von all dem, was halt hier wichtig ist. Und dann sieht man, ich hab's in meiner Kritik matschig genannt. Ich finde, der ganze Showdown, das ist so ein matschiges Grauen Grau ohne Konturen. Man hat wirklich das Gefühl, man guckt einfach nur zwei CGI-Klumpen, was man ja auch tut. Aber man kann es ja wesentlich ästhetischer in Szene setzen. Und da bleibt Vandam sich leider darin treu, nicht der hübscheste Superheldenfilm der letzten Jahre zu sein. Wie fand's denn die Performance von Naomi Harris, würde ich gerne wissen. Ich hatte das Gefühl, sie leidet sehr stark unter der flachgeschriebenen Figur. Ja, sie war sehr ambitioniert auf jeden Fall, das zu spielen. Aber ich fand, gerade in der ersten Hälfte, wo sie eingesperrt ist, dieses Overacting, ich konnte die Figur dann auch relativ schnell ernst nehmen. Also bei Woody Harrelson, finde ich, passt dieses da am Overacting. Vor allen Dingen, was ich mal mochte, war, also ich hatte so das Gefühl, so gerade nach Bond, in letzter Zeit ist es irgendwie eine Angewohnheit von Schurken, so total irre zu sprechen. Und so zu tun, als wäre man ein kleines Kind. Und das hat Woody Harrelson mal nicht gemacht. Er war einfach geradeaus, war das ein Wahnsinniger. Und das fand ich halt sehr, sehr schön. Da passte das, finde ich, so dieses wirklich sich ans Overacting ranspielen. Bei Naomi Harris hatte ich das Gefühl, die hätte gerne mehr gemacht. Aber sie hat halt nur zwei, drei Charaktereigenschaften hingeknallt bekommen. Und aus denen musste sie jetzt was machen. Deshalb auch da viel Potenzial verschickt. Alles sehr dünn geschrieben. Und hätte man denen mehr, ja, auch mehr Raum geben, mehr erzählt aus deren Perspektive, dann hätte es, das hätte dem Film schon sehr gut getan. Klingt nach einer weiteren Fortsetzung, zu der ich jetzt überleiten muss. Denn wir haben jetzt schon ziemlich lange über Carnage gesprochen. Und die heute ebenfalls im Kino startet. Aber ich weiß nicht, wie es bei euch war. Ich muss sagen, ich hab den auch in Sieges im Kino gesehen. Ich nicht, so war's bei mir. Okay. Aber wir konnten ihn halt zeitgleich zu euch gucken, sagen wir's mal so. Und ich bin extra morgens um neun in die sogenannte Presseverführung dort gegangen, um mir den Film anzuschauen. Wir saßen im größten Kino. Und ich bin sehr ernüchtert aus Halloween-Kills rausgegangen. Denn, ja, was gibt's für eine Handlung? Michael ist nicht tot und mordet jetzt so viel wie in zehn Filmen zuvor zusammen. Und that's it? Ja. Das war's. Aber die Kills waren geil. Ja, jetzt, pass auf. Ich hab so gegrinst und so gelacht beim Film die ganze Zeit. Das will ich jetzt auch gar nicht in Abrede stellen, ja? Der Film hat einen enorm hohen Bodycount. Und es matscht auch schön. Und es gibt auch ein paar Kills. Da musste man mal lachen, wo ich hier gerade die Krankenschwester sehe. Aber da muss ich mir auch schon denken so, ey, normalerweise nehm ich die Szene gerne mit und lach mich darüber kaputt. Aber vorangegangen kommt schon ein Moment mit ihr, wo ich mir dachte, nee, das ist mir zu dumm. Das ist mir wirklich zu dumm. Und ich verlang von diesem Film nicht viel, ja? Aber nee. Das war halt einfach, wenn ich's irgendwie, keine Ahnung, sie steigt aus dem Auto raus, also auch inszenatorisch. Ich mein, du musst, ist sie vielleicht aufgefallen. Sie steigt aus dem Auto raus und plötzlich ist sie zehn Meter vom Auto entfernt, aber dann steht sie irgendwie so nah am Auto dran, dass er die Tür aufmachen kann und damit die Waffe erwischt. Also das ist, mmh. Ja, es ist auf jeden Fall Trash. Aber ich hab persönlich jetzt auch, ich bin auch nicht so der Fan der Reihe. Ich hab auch jetzt nicht so viel mehr erwartet. Ich war überrascht, dass es dann die Kills relativ kreativ waren und ich tatsächlich Spaß hatte. Da war ich von echt positiv überrascht. Aber ich kann auch verstehen, dass man gerade, weil's halt ne legendäre Reihe ist, dass man da schon Erwartungen hat. Das kann ich absolut verstehen. Ähm, und dass man dann enttäuscht sein kann. Vor allen Dingen, es ist halt so ein klassischer Mittelfilm, ne? Ja, und das ist das ... Also so ein Übergangsfilm. Und in diesem Übergang wird halt die ganze Zeit durchgeslashed. Und das fand ich das, das fand ich das Allerschlimmste. Weil ich hatte völlig vergessen, dass Halloween Ends ja noch kommen soll, beziehungsweise dass es halt nur so ein Durchlaufsfilm ist. Aber du hast ja nichts mehr als die Kills. Du hast ja wirklich nichts mehr als die Kills. Ich dachte am Anfang noch so, ja, okay, er ist brutal. Und er hat noch diese reaktionäre Mob-Botschaft. Wo ich mich sagte, okay, das soll ich jetzt als die wahre Lösung verkaufen? Dass der Mob sich mobilisieren muss und dass die Dinge selbst in die Hand nehmen muss? Das lösen sie ja Gott sei Dank irgendwann mal im Laufe des Films. Relativieren sie das. Relativieren sie's dann ja. Und dann kommt nur die bittere Erkenntnis, ja, das System hat versagt. Oh, you don't say. Ja, okay, ihr habt ja schon euren Sturm aufs Kapitol gehabt. Das wussten wir so, ja. Und trotzdem geht er am Ende wieder hin und mobilisiert wieder einen Mob. Wo ich mir gedacht hab, ja, und was willst du mir denn jetzt sagen? Unendlich naiv, ne? Ja, also, es ist wirklich, und auch was du sagst zur Demaskierung, bitte. Ja, wollen wir dann mal ne Spoilerwarnung reinnehmen? Ich mein, es ist inhaltlich relativ irrelevant, aber ... Es sterben Leute, es sterben Menschen. Nee, es geht ja wirklich ... Nachdem ich jetzt zwei, dreimal gescholten wurde, dass ich im Vorfeld was gesagt hab, was eigentlich in den Spoilerbereich gehört hätte, hätte ich gerne eine Spoilerwarnung. Okay, dann machen wir eine Spoilerwarnung. Dankeschön. Denn es gibt einen Moment, in dem wird Michael mal wieder demaskiert. Man reißt ihm die Maske vom Gesicht und man gibt den Blick aber nicht auf sein Gesicht frei. Also, im Grunde schon so wie beim ersten Halloween von David Gordon Green. Und spielt dann halt so damit, die Kamera geht immer gerade so ums Eck, dass man das Profil noch so ein bisschen sieht. Und die Szene gipfelt dann darin, dass Jodie Greer ist es, glaub ich, die Maske irgendwo hinlegt. Michael geht da hin, weil er will zu seiner Maske. Dann wird er angegriffen, er wurde quasi in eine Falle gelockt. Und in dem Moment, wo er die Maske wieder aufzieht, ist er aber wieder dann der Schlitzer, so nach dem Motto, die Maske muss halt irgendetwas mit ihm machen. Und das hat man ja auch schon im ersten David Gordon Green Film Halloween gesehen. Da geht der Podcaster mit der Maske zu ihm hin und er wird auch wieder wahnsinnig. So. Es ist so unfassbar dämlich, wie hier dieses Thema Demaskierung, wie das überstrapaziert wird. Und ich erinnere da immer an den zweiten Halloween von Rob Zombie. Denn da hat das einen totalen Sinn, dass Rob Zombie das da macht. Denn da demaskiert er Michael Myers, um uns vor Augen zu führen, wie dämlich das eigentlich ist, dass wir mit so einer Person hinter dieser Maske, nämlich einfach einem Arschloch, dass wir den mit einer Maske zu einer Heldenfigur hochstilisieren, zu einer Horrorikone gemacht haben. Denn all diese Horrorikonen, Freddy, Jason, Hellraiser meinetwegen noch, keine Ahnung, später dann Ghostface noch aus Scream oder auch Jigsaw aus Saw. Leatherface. Leatherface, genau. Das sind komischerweise alles Figuren, die eine Maske tragen. Und Rob Zombie hat dieses Element genommen und hat gesagt, guckt mal, wenn wir eurer Ikone die Maske vom Gesicht reißen, dann ist da keine Heldenikone mehr, dann ist da kein cooler Killer, sondern es ist ein Drecksack, der da hinter der Maske steckt. Da hat das total Sinn gemacht. Was David Gordon Green hier macht, ist, ich reiß ihm die Maske vom Gesicht, weil dann kann ich zwei, drei coole Kameraeinstellungen bringen und kann die Leute verarschen. Sie sehen den aber ja am Ende doch nicht. Wenn man das Gesicht übrigens sehen will, kann man bei IMDb gucken, welche drei Personen hinter der Maske stecken übrigens. Einfach, wer wirklich mal das Gesicht von Michael Myers sehen will. Und das regt mich so auf, weil an sich ist dieses Demaskierungselement, das ist total spannend. Da kann man total viel mit machen. Da kann man total viel Kritik und Kommentar reinpacken. Aber doch nicht so, wie es hier ist. Es sei denn, man geht wirklich dann im Teil 3 dazu über und sagt, irgendwie hat die Maske vielleicht was Übernatürliches oder so. Weil, da kannst du, wenn wir eh im Spoiler-Part sind, ja gleich noch mal drauf eingehen, so der letzte finale Monolog von Jamie Lee Curtis, die hier total verschenkt ist, weil sie die ganze Zeit im Krankenhausbett liegt und einfach nur platte Reden halten darf. Ihr merkt, der herrlicht mich unfassbar auf. Und sie hält am Ende einen Monolog, der darauf hinauslaufen könnte, dass sich die Halloween-Reihe im finalen Teil Halloween Ends dahingehend entwickeln könnte, dass er vielleicht auch eine übernatürliche Figur ist. Was im Original-Halloween von John Carpenter ja gar keine Rolle spielt, sondern erst, ich glaub, ab Teil 3 der Fortsetzungen so nach und nach Erwähnung findet. Das nimmt jetzt bei Halloween, bei der Reihe, bei der Ur-Reihe nimmt es jetzt nie so einen krassen Raum ein oder hat es für mich nie so krasse Auswirkungen genommen in der Wahrnehmung wie zum Beispiel bei einem Freitag der 13. Ich hatte das Gefühl, da war man sich irgendwann noch mehr seiner Absurdität bewusst, wenn man da einen Jason ... Der flieht irgendwann ins Alte. Ja, oder wenn man Jason durch einen Blitzschlag wieder reanimiert. Und ich hatte bei Halloween das Gefühl, auch da ist einem irgendwann bewusst geworden, eigentlich hätte der mittlerweile mal sterben müssen. Aber die Reihe hat immer so ihren grimmigen Grundton behalten. Und das hat David Gordon Green ja 2018 wieder aufgegriffen. Und geht hier ja noch weiter damit. Ich mein, Halloween kills so grimmig war ein Halloween-Film noch nie. Außer vielleicht die Rob-Zombie-Filme. So, und da war's aber eine ganz andere Auslegung der Figur. So, und worauf ich auch immer hinaus wollte, ich weiß es nicht mehr, jedenfalls genau, Jamie Lee Curtis deutet an, vielleicht geht's in eine übernatürliche Richtung. Dann könnte diese ganze Maskensache vielleicht auch noch eine Rolle spielen. Aber per se, hört endlich auf, eure Killer zu demaskieren, nur um dem Demaskierungswillen. Wenn ihr da irgendwie eine Aussage drin habt, dann macht das. Aber dann guckt euch an, wie Rob Zombie das in Halloween 2 gemacht hat. So. Gut. Punkt. Ausrufzeichen. Ausrufzeichen. Spoiler Ende. Müssen wir nicht drauf machen. Und raus aus, wenn wir jetzt, wenn jetzt alle wieder zuhören, ich nutze das jetzt einfach mal für ganz, ganz plumpe Eigenwerbung. Denn es gibt einen neuen Filmgedacht-Podcast, wo wir, weil der Film so wahnsinnig plump ist, ist er sehr, sehr dankbar dafür. Eine Theorie zum Thema, was ist eigentlich, oder was ist der aktuelle Einfluss auf das Horrorkino? Ähm, Stichwort Gesellschaft möglicherweise. Der Trump. Ähm, das, genau, das haben wir uns mal vorgenommen. Da ist Halloween Kills ein sehr dankbarer Titel für, weil er so plump ist und einem das vor den Latz knallt. Und, äh, wer da mal reinhören möchte, was denn so das mit den aktuellen Horrorfilmen Strömung und so weiter, du hast gerne bei Filmgedacht reingehören. Ist, glaub ich, ne schöne Episode geworden. Sorry, das muss ich einmal. Ja, alles gut. Aber ich mochte bei Halloween Kills dieses Echtzeitgefühl. Und deswegen war sie wahrscheinlich so lange im Krankenhaus und man hat das Gefühl, als wäre man wirklich, also live dabei. Okay. Mitten im Geschehen. Und der Drive hörte ja auch nie auf. Aber ich verstehe auch total die, absolut die Kritik, aber dafür nehme ich einfach die Reihe nicht ernst genug. Ja, aber, weißt du, ich mein, das Ding ist ja, sie haben's ja von dem albernen Quatsch, wie Michael, weiß ich nicht, transferiert seinen Geist in die kleine Cousine und sonst irgendwas aus 4 und 5 oder wie's da war. Ähm, haben sie ja, weiß ich nicht, haben sie ja versucht, wieder irgendwie zurückzurudern, dem Ganzen eine gewisse Ernsthaftigkeit und Bösartigkeit zu geben. Und was du vorhin gesagt hast, wir haben den Film in dem größten Kino in Sieges geguckt, 1000 Plätze hat das Ding. Und das war, Kino war halt den Maßnahmen entsprechend halt, also gefüllt voll. Ja, bei uns auch. Und ich hätte halt eigentlich gedacht, und da hocken dann nicht nur irgendwie nur Presseleute oder sonst irgendwas, ich hätte eigentlich gedacht, dass die Stimmung da wirklich gut ist oder groß ist. Aber nach den anfänglichen Morden, wurde das immer weniger. Es wurde immer weniger. Und ich muss halt sagen, ähm, wenn ein Jason mit so einer Feuerwehrkreissäge und einer Axt irgendwie plötzlich durch sich eine Horde von Feuerwehrleuten metzelt, wie's hier direkt am Anfang ist, dann find ich das, passt das zur Figur. Michael Myers war nie der Endboss. Ja, das fand ich auch sehr ungewöhnlich. Der war nie der Endboss, der sich irgendwie durch die Gegnerhorden schnitzelt so, ja. Und das fand ich sehr befremdlich. Und ich find's dann aber als Fan der Reihe, find ich's halt schade. Du hast nicht einen richtigen Moment der Suspense gehabt, der Spannung so. Also sowas Karpin, der halt im ersten Teil gemacht hat. Und was Gordon Green auch noch im ersten Film jetzt vor zwei Jahren gemacht hat. Diese lange Kamerafahrt, weißt du? Wo man ihm sieht, wie er einfach auch komplett, ohne dass man da Jumpscares drunter geht. Die hat Halloween-Kills, finde ich übrigens auch nicht. Aber er hat halt leider auch keine Momente, wo, wie du grade sagst, wo sich mal irgendwie Spannung aufbaut. Und, ähm, genau, im ersten hatte man eben diese Kamerafahrt aus seiner Perspektive ja sogar, glaub ich. Oder zumindest ist sie die ganze Zeit an ihm dran, wie er einfach nur durch Haddonfield geht. Und zwar unbeachtet von der Menge, weil die noch gar nicht gerafft haben, dass er dabei ist. Und das ist nämlich auch noch was, was ich finde, was Halloween-Kills sehr, ähm, schadet, dass er keine Suspense-Momente hat. Nee, hat er nicht. Und das find ich ein bisschen, das find ich halt auch bedauerlich, weil die Serie eigentlich, ja, nur mal die Ursuppe, beziehungsweise den Slasher-Boom eigentlich mit hervorgebracht hat. Und das eben halt durch auch Suspense und Anspannung. Und dass du halt nicht weißt, ey, schafft sie's oder schafft sie's nicht. So, und das, das gibt es nicht. Und dann kommt noch so, da kommt noch so ein Quatsch dazu. Also, jetzt mal, weil du gesagt hast, das ist Echtzeitgefühl. Ich versteh, was du meinst. Und das gesteh ich dem Film auch zu. Aber allein bei dem, bei dem schwulen Pärchen, wo er halt erst vorne klingelt, und dann klingelt er hinten, und dann klingelt er vorne. Und dass er bei den Schwulen durch die Backdoor kommt, fand ich schon, wo ich gedacht hab, oh, ne, hier, hier, wie heißt der, ne, wie heißt der, Danny McBride so, da spürt man schon so deinen Humor. Wo ich mich auch gefragt hab, muss nicht unbedingt sein. Aber wenn ich mir das einfach mal vor Augen halte, wie da Jason hin und her rennen müsste. Michael. Äh, Michael. Wie da Michael eigentlich hin und her rennen müsste, um irgendwie solche Szenen zu bewerkstelligen so, dann denk ich mir auch, ach, Leute, bitte, ein bisschen, bisschen mehr Feinspitzengefühl. Oder Fingerspitzengefühl. Auch, weiß ich nicht, dass dann halt erst geschossen wird, wenn sie halt zwei Meter vor ihm stehen. Anstatt von zehn... Aber ist das nicht der Genre üblich so? Ja, es ist, ich will nicht sagen, dass das Genre nicht auch mit Dummheiten spielt oder beziehungsweise davon lebt, dass wir uns vor den Kopf klatschen und denken, warum bist du nur so dumm? Aber je mehr Kills dieser Film aufbietet, umso mehr Kills nutzen sich ja auch ab. Und irgendwann muss ich mir halt schon die Frage stellen, ja, warum hackt der dem jetzt nicht einfach mal ein Bein ab? Und vor allem kommt dann noch hinzu, Stichwort, ähm, weil du gerade, Entschuldigung, ich hab, ich wollte, es tut mir leid, ich hab beim Reden den Faden verloren. Man red erst mal, weil ich muss mir... Nein, also, mich stören halt so ein paar wirklich, ähm, ja, inszenatorische, weiß ich nicht, ich will nicht sagen Dümmlichkeiten, aber halt so, die halt nicht sein müssten, ja. Also, das mit der Tür, was ich vorhin gesagt habe, weil da halt erst die Perspektive aussieht wie zehn Meter und plötzlich ist es ein Meter. Und jetzt auch solche anderen Sachen wie er klingelt vorne, er klingelt hinten. Und da sind so ein paar Sachen drin, wo ich mir denke, ey, das sind so abgenudelte Klischees. Ja, also, der ist auf jeden Fall krass Klischeehaftig. Ja, da hast du beim letzten Film aber deutlich mehr Finesse bewiesen, um halt auch solche Sachen zu umgehen. Und vor allem Stichwort Dummheit. Das war ja bei dem Horrorkino der späten 90er-Jahre so eingeleitet von Scream, da hatte man ja auch immer, hatte man vorwiegend Teenies als Opfer und da hat man auch ein bisschen damit gespielt, dass die teilweise wirklich sehr, sehr nervig sind und dass man dann auch dazu kommt, vielleicht mal zu sagen, ey, komm, hast du auch irgendwie verdient gerade, dass du, der die ganze Zeit einen dummen Spruch nach dem anderen von dir lässt, dass du jetzt niedergemetzelt wirst. Aber das war ja eine ganz andere Tonalität. Hier, Halloween Kills, der ist so grimmig und so nihilistisch in seiner Gewalt, da kommt man noch nie auf die Idee, das sind so ätzende Kanonfutterfiguren, die hier durch die Bank aufgebaut werden, dass man da irgendwann sagt, komm, jetzt drück ich halt Michael die Daumen, weil dafür ist der viel zu brutal und auch er killt nicht konsequent unterhaltsam genug. So, und dann kommt, finde ich, gleichzeitig auch noch eine unfassbar bemühte Nostalgie ins Spiel. Also das hat Gordon Green im 2018er-Film deutlich besser gemacht. Da war eine Referenz zum Beispiel, es gibt ein Gespräch im ersten Halloween, wo halt darauf eingegangen wird, ja, erinnert ihr euch noch an die Nacht späte 70er-Jahre? Da wurden hier fünf Leute umgebracht. Was? Fünf Leute? Aber das ist doch total wenig, so nach dem Motto. Und dann wird man, bekommt man so vor Augen geführt, ach ja, stimmt, damals im Original-Halloween sind nur fünf Leute gestorben. Schöne Referenz, finde ich, an den ersten Film. Was wird hier gemacht? Man baut hier Figuren ein, die es angeblich schon 1978 gab und erzählt ihre Geschichte weiter, die es aber gar nicht gibt. Wie soll ich denn dann ein Nostalgiegefühl aufbauen oder eine nostalgische Verbindung mit diesen Figuren aufbauen, wenn sie extra für diesen Film als nostalgisch gedachte Figur eingeführt werden? Und von dieser wahnsinnig plumpen Der-Mob-ist-das-böse-Idee wollen wir gar nicht mal anfangen, weil gegen Halloween Kills sehen sogar die Purge-Filme subtil aus. Also, da ist so viel falsch an Halloween Kills. Und das ärgert mich so, weil der erste von Green eigentlich wirklich in Ordnung war. Ja, also ich muss auch sagen, im Vergleich zum ersten fand ich das halt einfach echt einen starken Abfall. Und das mit den Leuten, die da reingenommen wurden, ist halt lustig. Die eine ist ja eine Real Housewives of Beverly Hills. Die hat dann auch in Real Housewives of Beverly Hills hat sie dann erzählt, dass sie für Halloween Kills angefragt worden ist, weil sie ja schon im ersten Halloween mitgespielt hat. Genau. Diese Kylie Richards. Zwei oder drei, da sieht man ja auch kurz zurückblenden dann zu deren vermeintlich oder zu deren kultigen Fast-Kills. Aber die beiden wichtigsten Figuren von diesen vermeintlich zurückgeholten, das sind halt Erfindungen. Ja, und das war lustig, weil sie hat wohl in Real Housewives of Beverly Hills dann erzählt, dass sie sich beim Dreh verletzt hat, die Nase irgendwie gebrochen oder zumindest angeratzt, was sie dann direkt als Gelegenheit genommen hat, sich die Nase nochmal nachlesen zu lassen. Denn schon, denn schon. Und was ich dann auch nicht verstanden hab, da ist die Nancy Stevens drin, ja? Die spielt auch im ersten Halloween-Film von 1976 oder von Carpenter. Die haben sie aber schon mal bei Halloween H20 zurückgeholt. Und jetzt holt sie die Gordon Green nochmal in diesen Film. Also da bricht's dann ja auch mit der eigenen, keine Ahnung, mit der eigenen Meta-Ebene so. Ja, wobei man ja sagen muss, dass Green ja immer, oder den interessieren ja die ganzen Fortsetzungen nicht. Ja, ja. Also ... Aber trotzdem gab's die ja schon mal. Egal, komm. Ich weiß auch schön, wie leidenschaftlich ihr euch aufregen könnt über den Film, während ich den sowieso nicht ernst nehme und einfach nur so ein paar Lacher hatte. Aber du konntest den ruhig runterknuspern so, ja? Ich konnte ja den runterknuspern. So ging's mir halt bei Venom. Genau, bei Venom war ich wie du. Ey, und wir haben jetzt noch einen Film und wir haben gnadenlos überzogen. Die köpfen mich wahrscheinlich jetzt schon gleich alle. Aber ich muss doch auf diesen Film eingehen. Wir können ihn nicht außen vor lassen. The French Dispatch. Ah, ja! Endlich mal was Gutes. Hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich. The French Dispatch läuft diese Woche an. Es ist kein richtiger Film, es ist mehr eine Anthologie-Geschichte. Es geht hier um eine, ja, Zeitschrift, eine Außenkorrespondenz beziehungsweise einen Außenposten eines Blattes aus Kansas. Das jetzt hier halt eine Dependance in einem französischen Dorf namens Inouis-sur-Blasé heißt, was so viel wie langweilig durch Blasiertheit bedeutet. Und wir lernen so gesehen einen radelnden Reporter kennen, der so ein bisschen durch diese Stadt fährt. Wir erfahren, dass der Verleger, gestorben ist, direkt zu Beginn des Films. Und diese letzte Ausgabe, die blättern wir jetzt hier zusammen als Zuschauer mit Wes Anderson durch. Wir erfahren von diesem radelnden Reporter. Wir erfahren von einem Künstler, der durch strenge Aufsicht von Lea Seydoux zu einem gefeierten Kunststar wird. Wir erfahren von Timothy Chalamet, der zusammen mit einer Reporterin einen Studentenaufstand anführt. Und wir erfahren von einem, ja, von einem, weiß ich nicht, Lifestyle-Experten oder, 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 ja, weiß ich nicht, so ein richtiger Knigge-Fetischist oder Stil-Fetischist, sagen wir es so, der sich auf die Suche nach einem Koch namens, ich glaube, Nescafé macht und dann halt in die Unterwelt von Inouis-sur-Blasé geführt wird. Ja, weil, was dann noch eine Erführungsgeschichte zur Folge hat. Und dann ist dieses Heft eigentlich auch durchgelesen. Und du hast ein Sammelsurium an schrulligen Figuren, an dieser selbstverständlichen Schrulligkeit, mit der fast alle Anderson-Filme irgendwie arbeiten. Und du hast halt wieder den absoluten Ausstattungswahnsinn. Es ist wirklich unglaublich. Wunderschöne Bilder. Das sind gerade balsam für meine Augen. Und natürlich, du hast auch wieder Stars, die sind schneller verschwunden, als du blinzeln kannst. Also, Willem Dafoe musste wirklich aufpassen, dass du den erhaschst, genau wie Christoph Waltz. Aber, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Du hast den schon gesehen, ne? Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Es gab erstmals in Endesons Karriere oder beziehungsweise in den späten Endeson-Filmen oder in den letzten Endeson-Filmen gab's da so Sachen wie eben Ego-Perspektiven-Kamerafahrten oder eine 360-Grad-Kamerafahrt. Hab ich auch noch nicht bis dahin irgendwie bei ihm so wahrgenommen. Und ja, ey, guckt euch diese Liste an. Also, du hast wirklich, du hast nicht schnell geguckt und schon ist er wieder weg. Und für Wes Anderson-Fans ist das die Offenbarung. Also, wenn du fragst, wie viel Endeson darf dieser Film sein, kriegst du halt, weiß ich nicht, kriegst du mehr als ein Jahr. Und ansonsten, wer sich eine Geschichte erhofft, wer sich irgendwie erhofft, eine großartige Bindung zu den Figuren aufzubauen, ich glaube, der könnte eher enttäuscht werden. Und ich glaube, mit diesen Erwartungen sollte man auch nicht da reingehen. Denn das ist auch nicht unbedingt die Zielsetzung dieses Films. Nee, glaub ich auch nicht. Ich bin jetzt schon zufrieden. Ja, ich weiß nicht. Also, ich würde es tatsächlich so zusammenfassen, dass The French Dispatch für Wes Anderson das ist, was Six Underground für Michael Bay oder The Irishman für Martin Scorsese war. Weil das ist wirklich reines, in diesem Fall Wes Anderson-Destillat. Du guckst dir das an, weil du die Stärken, die Wes Anderson mit sich herumträgt und woraus er Filme macht, die kriegst du hier zu 1.000 Prozent geliefert. Du guckst dir keinen Wes Anderson-Film wegen der total tiefsinnigen Charakteranalyse oder wegen der total überraschungsreichen Geschichte an, sondern du guckst dir das an wegen diesem Ausstattungswahn, weil er das sein ganzes privates Telefonbuch in dem Film besetzt. Weil er eine Vorliebe für schrullige Figuren hat, weil er ja dieser, ja, ich würde es immer so melancholische Komödien nennen, die er ja inszeniert. Und das kriegst du hier wirklich en masse. Und da ist ja eigentlich auch diese Struktur, diese Kurzfilm-Kapitelstruktur, die ist eigentlich perfekt, weil dann kann er ja noch mehr von seinen Ideen darunter bringen und auch noch ein bisschen variieren daran. Ich finde es tatsächlich, einziger Schwachpunkt dahingehend, finde ich, ist, dass es teilweise schwarz-weiß ist, weil ich finde, damit limitiert er sich so ein bisschen in seiner Farbenverspieltheit. Ansonsten bin ich da raus und hab mir gesagt, ich wünschte, ich könnte mehr damit anfangen. Aber trotzdem kann ich den Film zu 100 Prozent respektieren in seiner ganzen Art. Und ich hatte auch so das eine oder andere Gespräch mit einem Kollegen, der meinte, ich glaub, das ist mir zu hoch. Kann ich aber auch verstehen, weil ich glaube, Wes Anderson, den interessiert das ja auch gar nicht, ob die Leute jetzt mit ihm mitgehen, weil er ja eben nicht erzählt, sondern weil er zeigt und weil er inszeniert und weil er, ja, ich find das schön, wenn man eine Sekunde von einem Film zeigen kann und man sieht, das ist der Regisseur. Und das ist halt bei French Dispatch total. Ja, wie viele Leute können sich noch so einen Stil erlauben? Nee, eben, genau. Aber ich find schon, dass Wes Anderson, gerade Wes Anderson, sehr erzählerisch erzählt. Also ich hab oft bei vielen Filmen das Gefühl, dass ich am Kamin sitze und mein Onkel erzählt mir von seinen Zeiten nur mit besonders schönen, bunten Farben und toller Ausstattung und einem geilen Ensemble. Und gerade Moonrise Kingdom fand ich richtig schön, die Geschichte. Du, ich auch. Aus der Kindheit. Keine Frage, aber solche Geschichten wirst du hier nur halt im Kleinen irgendwie erfahren. Ach so, ja, jetzt hier, ja, okay. Ja, und du hast keinen großen, keinen wirklich großen Handlungsbogen. Du hast nur die Klammer, dass es halt die letzte Ausgabe dieses French Dispatch ist. Und der Verleger halt gestorben ist. Ja, ich würd halt nur sagen Wes Anderson im Allgemeinen. Wobei ich mich halt manchmal gefragt habe, ob Anderson nicht mit diesem Film auch so ein bisschen diese kulturelle Elite, die ja so einen Film am ehesten zu gutieren weiß und am ehesten zu schätzen weiß, nicht auch schon so ein bisschen auf die Schippe nimmt. Weil er erzählte halt von Autoren, die wurden für horrende Honorare dahin gelockt und mit der Aussicht 12.000 Zeichen oder Wörterartikel zu schreiben. So, weißt du, also das sind so Sachen, so Vorstellungen, die gibt's ja einfach ... Überhaupt nicht mehr. Beziehungsweise ist das so eine Art Fantasiefrankreich, wie es sich halt wahrscheinlich im Kopf von Wes Anderson über die Jahre hinweg entwickelt hat, aber was halt niemals der Realität entspricht. So, ja. Aber trotzdem ist das schön, weil du bist gerne in diesem Fantasiefrankreich. Genauso sehr war ich ... Oder genauso gerne war ich in diesem, ja, in diesem Fantasiehaushalt der Tennenbaums. Genauso sehr war ich in diesem ... Ja, eben. Alle seine Filme haben ja fantastisch. ... gern war ich in diesem Fantasie-U-Boot von den Tiefseetauchern. Und genauso gern war ich dann im Grand Budapest Hotel, was ja auch kein ... Ja, eben. Ja. Oder I Love Dogs ist ja auch keine Repräsentation, authentische Repräsentation der japanischen Kultur in irgendeiner Weise. Obwohl schon sehr viel feinsinnige Repräsentation mit unterbringt, muss man ja sagen. Ja, aber wo es da wieder auch in die Kritik geraten ist, ob es jetzt rassistisch ist, weil es ja schon sehr Stereotypes ... Also, dafür ist es ja in die Kritik geraten. Aber dafür, finde ich, ist es aber auch ... Das sagt er ja auch selber, Also, Wes Anderson hat ja selber gesagt, das soll jetzt keine authentische Repräsentation der Kultur sein. Sondern ist eher so angelegt an japanischen Filmen, die er gern geguckt hat. Genau. Und er nimmt sich das, was er irgendwie mag, und packt das in seinen Film. Und wenn das diese Zigarettenpackung ist, oder dieses Poster, oder dieses Buch, oder dieses rote Fahrrad, oder diese Kaffeemaschine, dann ist das halt in seinem Film drin. So, und ja. Ich fand's schön anzuschauen. Ey, allein, wirklich, da gibt's am Anfang dieses eine Set von dem Haus. Mit dem Koch. Wo er da hochläuft. Oder mit dem Ober. Mit dem Ober, ja. Da läuft der halt von ganz unten nach ganz oben. Und du siehst ihn halt immer wieder durch einzelne Stockwerke, wie er rauskommt und wieder reingeht. Ich kann's mir richtig vorstellen. Ey, und das ist wirklich ... Das ist so ein fantastisches Set. Und ich frag mich halt auch, wie sie's gemacht haben. Ja, weil es sieht wirklich großartig aus. Und das ... Ja, wer sich an solchen Sachen ergötzen kann und daran Freude findet, der ist genau richtig aufgehoben. Ja. Ja. Und wir freuen uns, dass du dich hoffentlich hier gut aufgehoben gefühlt hast. Ja, voll. Schade, ich würde jetzt ewig weiterquatschen. Du, pass auf. Wir machen jetzt hier erst mal Schluss für diese Ausgabe. Aber wir haben noch ein paar Trailer auf Lager. Ah. Und die gucken uns gleich noch an. Und das zeichnen wir noch auf. Das gibt's dann auch noch am Wochenende. Juhu. Aber ich danke dir sehr fürs Kommen. Und danke auch, Antje. Und danke euch da draußen natürlich fürs Zuschauen. Wenn ihr Bock habt auf weitere Gäste oder wenn ihr mal irgendwie Vorschläge habt und so weiter, lasst es uns gern wissen. Und ansonsten schaltet gerne ein. Hier jederzeit. Ich weiß, es verändert sich jetzt gerade so ein bisschen. Aber wir bleiben. Wir bleiben spätestens bei YouTube auf diesem Kanal und werden uns auch vorerst nicht hier wegbewegen. In diesem Sinne, macht's gut. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Danke. Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr Infos unter rbtv.to slash kino plus.